Liebe Steiner Freunde, willkommen beim Steinermeister aus dem Herzen der Schweiz. Ja, ich begrüsse euch gerne heute Abend, der zweite Anlauf und ich sehe, es funktioniert. Ich bin happy, ich bin glücklich. Es funktioniert, es kracht, es läuft und so weiter. Ja, StreamYard gestern ein Problem und das war nicht nur bei mir so, es war auch bei anderen Streamen so, dass StreamYard nicht funktioniert hat. Ich habe heute Morgen ein Schreiben erhalten und dort hiess es, ja, StreamYard leider, leider hat eine Panne, die haben etwas vergessen. YouTube hat jetzt geendet von der Konfiguration, haben es vergessen etwas reinzutun und dann hat es nicht mehr funktioniert. Ja, ich habe mich dann gefragt, das kann es ja nicht sein, jetzt streame ich schon lange und dann funktioniert es nicht. Aber es ist live und viele haben reingeschrieben, es sei der beste Livestream gewesen ever. Ich weiss es nicht, aber Leute, heute Abend wird der beste, hörte Leute, ein mega Livestream wert. Ich schaue mal rein, wer alles schon dabei ist, begrüsse natürlich alle. Zuerst haben wir den Harz Briggs, der dabei ist. Schön dich gesehen haben und die Vase des Todes. Ist natürlich, und er hat eine coole Ding mit seiner Weltmeisterschaft und ich hoffe, ich habe ein superflitziges Auto ausgewählt. Mal gespannt. Dann haben wir Hanging Stork und dann den lieben Alpinium haben wir dabei. Dann, da wird Conor McLeod natürlich. Conor McLeod darf nicht fehlen, wenn Mario streamt, natürlich und das ist super. Benjamin Spawnstein-Welt schaut auch zu, dann haben wir Gimme More Briggs aus dem schönen oberen Österreich. Dann haben wir den Hodor und dann geht es weiter mit Zippermann. Dann Markus Müh, 006, Frank W., Thomas Maikötter, B-Wolf ist auch da. Dann haben wir Kloppi 79, Stein auf Stein zum Ziel, schaut auch zu, das ist super, das freut uns natürlich. Die ganze Community, Dietmar Bartel, schaut zu. Ja, wenn ich euch vergessen habe, dann schreibt es rein, weil natürlich ohne euch geht es nicht. Ihr müsst heute rocken. Wir mocken nicht, nein. Heute geht es um ein Thema. Mega. Ja, mega. Und ich habe noch nie ein Mega-Set gebaut. Gebe ich offen zu und ich werde mich heute so rein tun in dieses Thema. Ich habe natürlich ein Quiz vorbenannt, das kommt ganz am Schluss. Da könnt ihr, wenn ihr dranbleibt, dann am Schluss auch euch zeigen und eine Botschaft drüber bringen. Natürlich hoffentlich begleitet und so weiter. Also geht nicht gleich ins Bettchen und den Pyjama anziehen und so weiter, sondern schön kämen und so weiter, wenn ihr gewinnt. Habt die Möglichkeit, heute Abend eine Grußbotschaft reinzunehmen. Ja, ich bin im Fernsehen. Ja, aber jetzt gehen wir wirklich rein und schauen mal, wie es weitergeht. Ja, der heutige Gast, den ich heute begrüssen kann, ist einer der coolsten Socken, die ich kenne. Vor allem mit seiner Familie, mit seiner Freundin, mit seiner Tochter, mit seinem Sohn, der seine Clips innerhalb von kurzer Zeit schneidet und durchgeht. Und die Streams, nein, die Videos natürlich, wo seine Kinder, die kleben gerne. Ja, ich weiss nicht, also Kleberchen, Kleberchen, aber wir sind vielleicht einfach zu alt. Und er bringt uns immer zum Lachen und zum Staunen. Und ich liebe seine Videos vom ersten Augenblick, wo ich ihn gesehen habe im Video. Und ich bin froh, euch heute begrüssen zu kommen. Und hier kommt in die Arena der One and Only, der beste Man, den Mario, seit es Mario gibt. Der beste Clamper, der die ganze Zeit auch klemmt und nicht klempert. Der macht Spass. Es ist Spass, ihm zuzuhören, ihm zuzuschauen. Und hier ist er live dabei, nämlich der einzigartig wunderbare, der geniale und einfach mega Mario ist da. Thomas, Thomas liegt fertig mit der Ankündigung. Einen wunderschönen guten Abend in den Chat. Ja, ich freue mich, dass das heute Abend klappen kann. Thomas, ich habe noch mal kurz nachgedacht. Ich weiß, woran es gelegen hat. Dortmund hat ja gestern in der Champions League gespielt. Und The Zone wird dir wahrscheinlich den Stecker gezogen haben, weil sie Sorge hatten, dass dann bei denen keiner mehr zuschaut, sondern beim Steinemeister, beim Livestream dabei ist. Ich nehme mal an, könnte so gelaufen sein. Zumindest rede ich mir das seit gestern Abend rein. Und herzlich willkommen. Schön, dass das klappt, dass wir heute ein bisschen miteinander quatschen können. Ich habe noch mal kurz überlegt. Ich glaube, im Januar 2022 war ich bei dir in einem Livestream. Das war mein erster Livestream überhaupt. Und ich habe mir damals einigermaßen, ich kann das hier, glaube ich, so sagen, wir sind ja unter uns. Ich habe auch schon eine Kaminose gemacht. Mache ich jetzt auch. Deswegen bringe ich eine Begrüßung nochmal in den Chat. Lieben Gruß auch an den Andi. Und ein Gruß, Andi, von mir an die Nicole. Ich liebe dich, dass man einen Schlupf von einer guten Cola hat. Die Insider wissen, worum es da geht. Ja, Lennon Briggs und Eben, du hast gestern schon eine Cola. Und die ist dann warm geworden. Also, ich hatte ja gestern, du, Mann, Schmeier, hatte ich da, also, Hitzewallungen. Weisst du, dann streamst du, redest du, die Leute schreiben nicht, es gibt Null drauf. Und du denkst, was ist passiert, was ist passiert? Und dann siehst du, ah, nicht. Und dann schmeisst ich Streamjahr draus, kommst nicht mehr rein. Der Mario ist ganz alleine und denkt, wo ist das? Dann habe ich noch einen Alternativstream gefunden, aber das war dann auch schon zu spät. Ich bin ja so froh, dass es heute Abend geklappt hat. Das wäre doch nicht cool gewesen, wenn wir zwei nicht mit uns unterhalten könnten und heute ein bisschen Party haben. Heute bin ich sogar ein bisschen fitter als gestern, aber egal. Ja, ich bin auch ganz dankbar, dass wir das heute nochmal machen, weil ich hatte ja meinen ganzen Krempel, meinen schönen Klemmbaustein-Krempel zumindest ein bisschen nach vorne hier hingestellt, weil es ja heute Omega auch unter anderem gehen soll. Und dann stand ich da gestern und denke, gute Güte, das muss ja alles wieder abräumen. Und dann war ich ganz froh, dass du den Vorschlag gemacht hast, dass wir das heute nochmal versuchen können. So habe ich es denn gerade stehen lassen können, weil für diejenigen, die ja noch nicht bei mir zugeschaut und zugehört haben, das ist ja hier mein Esszimmer, also mein Klemmbaustein-Esszimmer. Ich schiebe ja immer das Zeug hin und her, wenn ich hier was aufnehme und stelle ja ein paar Sets dann mal im Hintergrund, um das zu verändern. Und jetzt habe ich halt ein paar Megasets hier mal so ein bisschen hingepackt. Aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht über jedes einzelne Megaset hier reden. Ist ja einfach nur, um mal einen kleinen Überblick vielleicht zu bekommen, was es denn da bei Mega-Mega-Konstruktionen, Mega-Vlogs, alles so gibt. Und mein lieber Thomas, noch kein Mega-Geklemmt. Ich sage dir, du hast da mit Sicherheit was verpasst, weil ich muss zugeben, ja, so in den letzten Monaten bin ich, jetzt nehme ich mal das Wort, doch ein Mega-Fanboy geworden. Aber nicht nur, ihr wisst ja, dass ich auch andere Hersteller sehr, sehr gerne klemme. Wir sind auch die Hersteller egal, solange wie die Qualität halbwegs stimmt und mich die SET-Themen interessieren. Ja, klar. Und darüber reden wir heute. Natürlich, was ich so fantastisch finde von dir ist, bevor wir zum Thema kommen, ist deine ganze Familie, natürlich die Community auch, wo du natürlich mit Leuten, die heute auch Stein auf Stein zum Ziel da bist und so weiter, auch auf Facebook in der Gruppe, da läuft ja einiges rund, da sind viele Leute. Ich bin froh, auch diese Community zu sein, nicht nur der Steinefreunde, Noppensteinwelt oder Blickhaus, ich finde es super, was ihr da macht. Aber vor allem deine Familie, also wie ihr da auch lustig da reinbringt. Es ist immer interessant zu sehen, wie die Frauen, die noch nie so richtig gebaut sind, jetzt haben sie dann langsam auch Expertise, aber ganz am Anfang, wie sie das Thema angehen. Ja, meine Freundin, die Tanja zum Beispiel, die hatte ja noch nie bis zu dem ersten Video mit mir überhaupt ein Klemmbaustein-Set geklemmt. Also nichts davon. Und das war dann schon nochmal ganz spannend. Also wir schimpfen ja, oder die einen oder anderen schimpfen ja darüber, wenn es zu bunt wird an einem und in einem Set. Mich selbst stört das ja persönlich nicht, solange wie man am Ende bei einem UCS-Set, zum Beispiel der dänischen Hersteller, wenn man dann am Ende nichts sieht von den bunten Steinen. Und Tanja damals, meine Freundin, die fand das tatsächlich ganz hilfreich, dass die Steine fertig waren, weil es ihr einfach geholfen hat und Orientierung gegeben hat. Und bei meiner Tochter war das ganz ähnlich. Und an der Stelle haben wir wahrscheinlich schon viel zu viel Erfahrung, dass wir die Farben schon gar nicht mehr brauchen, sondern schnell die Form gesehen und dann finden wir es im großen Grau oder im großen Schwarz der Steine. Und das ist dann an der Stelle schon, finde ich, spannend. Auch das, was du am Anfang gesagt hast, so dieses Thema Aufkleber. Ja, einige hier im Chat, die kennen ja auch die Videos mit meiner Tochter und die freut sich ja an Keks. Und wenn mein Sohn dann auch mal wieder dabei ist, mit Sicherheit würde er sich auch an Keks freuen, wenn bei so einem Klemmbaustein-Set, wenn Aufkleber dabei sind. Unser Eins kann das nur bedingt verstehen, aber die haben Spass dran. Und desto mehr Aufkleber, desto mehr freut sich meine Tochter darüber. Schon verrückt, weil eben Aufkleber brauchst du eine Pinzette, wie ich die habe hier. Dann kannst du es gut positionieren. Musst du mal Funwoll kaufen. Also es ist ja interessant, der Name Funwoll. Also ja, das Woll... Also nur Funwoll. Genau. Funwoll habe ich schon gebaut. Dann hast du eine Pinzette, der kannst du gut mit... Ach, ich habe glaube ich inzwischen sieben oder acht Stück davon. Ich muss jetzt nochmal bei Leben. So, das sind nur die Einzelnen. Ich habe noch andere. Ich finde die Qualität super, aber eben darüber reden wir ja nicht, sondern wir reden über Meka, auch die Geschichte. Und es wird dann auch ein Quiz nach dem Schluss geben. Aber die Tochter hat ja Talit-Trainer an den Händen. Ah ja, das ist natürlich, ja. Die hat ja... Ich wollte das gerade dann sagen. Es ist schön, dass es der Chat reinschreibt. Ich weiss nicht, wer es gewesen ist. Ich kann das so schlecht sehen. Auf die Ecke. Ah ja, genau. Der Sascha. Der Kloppi hat noch geschrieben, dass sie mit den Nägeln zurechtkommt. Dass sie zu grosse Nägeln und dass sie mit den Nägeln überhaupt bauen kann. Ja, die hat ja so lange Fingernägel. Deswegen, die hat ja praktisch zehn Teile drin an ihren Fingern. Was aber ganz spannend ist, sieht man auch in den ein oder anderen Videos manchmal beim Aufbau. Dann sind die doch zu lang. Dann kann ich die einmal eins nicht greifen. Und da, in dem Moment, das ist dann ganz lustig, Thomas, dann nimmt sie eine Pinzette. Mimmt die Teile auf, setzt die drüber, damit sie noch ein bisschen drücken kann. Was ich auch noch cool finde, ist die da bei TikTok unterwegs, dass sie zwischendurch mit dir so Dinge macht? Also weisst du, so Tänze und so weiter? Ja, ja, klar, die ist da auf TikTok unterwegs. Ich glaube, die jungen Leute, die sind alle bei TikTok unterwegs. Die wird dieses Jahr 27. Und ab und zu kommt die vorbei und sagt, ach komm, hier, lass mal kurz machen. Ja, und dann mache ich den Kram halt mit und ist auch gut. Geht ja schnell und tut auch nicht weh. Sie hat Freude, ich habe Freude und dann ist gut. Was ich interessant finde, wenn du so redest, denke ich, wenn man so einen coolen Papa hat wie du. Also weisst du, wo das noch mitmacht und so weiter. Und du siehst natürlich, so wie du aussiehst, siehst du noch jung, dynamisch und so weiter aus. Also da könntest du ja 30 sein, also dem her. Ja, das liegt nur an dem Licht und an dem Filter. Ja, ja, du hast einen Spezialfilter. Ja, ich weiss gar nicht, ob die Filter hat. Keine Ahnung, ich glaube nein. Gut, dann gehen wir doch ins Thema rein, wo wir darüber sprechen wollen miteinander. Eben wegen Mega. Wie hat es mit Mega angefangen? Was war dein erstes Set von Mega? Also Mega, ursprünglich Mega-Blocks. Und das war da hinten tatsächlich die Enterprise. Ich habe vor, jetzt müsste es fünf Jahre her sein, beim Thorsten hier, Johnny's World, ein Video dazu gesehen. Und ich wusste bis dahin überhaupt nicht, dass es eine Firma Mega-Blocks gibt. Geschweige denn dann Mega-Konstrucks. Und das fand ich dann interessant. Jetzt habe ich, muss ich zugeben, mit Enterprise nicht so viel am Hut. Natürlich mag ich das. Ich habe mir ja früher, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, du hast es ja kurz, zumindest mal angerissen. Ich habe natürlich früher im Fernsehen die alte Enterprise-Serie gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, da bin ich doch mal gespannt. Da möchte ich auch mal schauen, was andere können. Und dann habe ich mir das Set über Ebay in den USA bestellt. Das war auch damals zu einem noch vernünftigen Preis zu bekommen, wie ich finde. Ich habe knapp 160 Euro bezahlt, inklusive Portum-Versand. Heute original verpackt, liegt das Set, glaube ich, wenn man es noch kriegen kann, original verpackt, um die 400 bis 500 Euro. Ja. Ja, und dann habe ich gebaut und denke, Pots Blitz. Pots Blitz, die haben ja teilweise auch ein bisschen andere Steine, besondere Formen, die, wie ich heute finde, einfach mega typisch sind, die sich natürlich in den heutigen Megasets auch wiederfinden. Und auch die ein oder anderen Steineformen, die durchaus auch chinesische Hersteller inzwischen nutzen. Ja, und damit fing das eigentlich zumindest mal an, dass ich, ja, ich sage mal, mega, in Anführungsstrichen, kennengelernt habe. Und dann war es erst mal einen Moment ruhig. Und das ist ein tolles Set. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, ob ihr sehen könnt, dass die Antriebsgondel jetzt hier ein bisschen blinkt. Ja, wenig sieht man es. Aber natürlich vom Licht her nicht so gut. Aber man sieht es schon ein bisschen beleuchtet, ja. Aber das Set steht seit fünf Jahren. Ich habe noch keine Batterien gewechselt. Das funktioniert immer auch. Ja. Cool. Also, ich weiss nicht, ob du das Spock zeichnen kannst. Ja, cool. Liebe Land und in Frieden. Genau. Also, ich kann das sehr gut. Etwas, was ich kann. Und da kommt, dein inklusiven Namen, noch einer, der so alt ist, dass ihr die Enterprise Ur-Serie gesehen habt. Ja, ich muss wirklich sagen, ich kenne primär die Ur-Serie und nicht die neueren. Ich habe natürlich die neueren Filme gesehen und so weiter. Aber für mich ist einfach Spock. Spock. Und der gehört dazu. Wenn Spock nicht dabei ist, ist für mich das nicht die ganze Film. Und ich fand es auch cool, was wir da drin... Natürlich Nightrider war noch... Habe ich noch lieber geschaut, das drin. Aber ich kann nicht ein Nightrider-Zeichen machen. Da ist das einfacher. Bei Nightrider, weiss ich nicht, die Uhr. Ja, so. Hast du Nightrider geschaut? Ich wollte gerade sagen, war das so? Tatsächlich, ich muss zugeben, ich habe die Serie gar nicht gemocht. Hoffentlich werde ich jetzt nicht deabonniert parallel. Ja, ich weiss nicht. Plötzlich die Leute... Was, der hat hinter dran und jetzt ist da. Ich habe das irgendwie gar nicht gemocht. In der Zeit, da war eher so Airwolf mein Ding zum Beispiel. Das habe ich dann ganz gern geguckt. Da war ich viel zu haben. Oder natürlich auch Klassiker, ein bisschen das A-Team. Also solche Dinge. Aber Nightrider war gar nicht gemeint. Ich weiss auch gar nicht warum. Bitte? Colt für alle Fälle. Ja, Colt Sievers. Auf jeden Fall. Wobei... Also, die Türe aufgemacht wurde. Ja, ich gucke mal, ob Tanja ein Chat ist. Ne, ich glaube, ich habe ein Colt für alle Fälle besonders gern geguckt, wenn Jody im Bild war. Ja, ich habe es gedacht. Also, da kann man natürlich... Das war die Szene, die wir in der Jugendzeit am liebsten hatten. Weisst du, die Türe aufgemacht und so weiter. Ja, da waren wir hin und weg und haben immer auf die Bikini gewartet. Aber... Ja, aber das Auto war ja... Das Auto war ja auch irgendwie dann doch der Hit. Und dann bin ich immer ganz begeistert gewesen von dem Auto. Und dann bin ich rausgegangen und meinen alten Golf bestiegen. Mein Golf 1. Hat nicht ganz geklappt mit dem Adler auf der Haube, ne? Ja, ich hatte... Das erste Auto, das ich hatte, war ein Toyota Celica. Und dieser Toyota Celica hat natürlich diese Schlupfaugen. Weisst du, diese Augen nach... Ah, ja, ja. Wie der Night Rider. Und das war natürlich... Da war ich natürlich ein Fan davon. Es war natürlich in Rot und nicht in Schwarz. Aber trotzdem, da kam so Trans-M und da habe ich extra so eine Casio, ja, Uhr gehabt. Und dann ist es leider nicht gekommen selber. Jetzt in der heutigen Zeit könntest du ja fast, kannst du ja fast den Leuten... Es gibt ja ein Auto, da kannst du anrufen und sagen, hol mich doch ab. Und dann geht es vom Garage, kommt das vor dir her und wir sind fast soweit. Die Serie wurde fast Wirklichkeit. Einfach den Turbo-Booster gibt es nicht. Der fehlt noch. Der wäre cool. Aber, wir gehen wie zu Mekka. Wir sind jetzt wieder abgesprungen auf diese Dinge. Du hast eben dran natürlich noch Darth Vader auch noch. Star Wars. Ist der auch von Mekka? Oder ist der... Äh, nee. Nein, nein, nein. Das hat damit nichts zu tun. Das ist hier... Ist kein Klemmbausteinset. Das ist, ne? Warte, so. Ist einfach... Ah. So eine Plastikfigur. Die habe ich schon ziemlich... Kann die reden? Kann die reden? Nein, die können nichts reden. Die können einfach nur gut aussehen. Wenn einer was zu sagen hat, dann bin ich das und da haben die zu schweigen. Das ist auch gut. Oh, jetzt kommt Hüger 76 und sagt schon, jetzt habe ich Mari doch erst vor kurzem abonniert. Jetzt muss ich schon wieder abonnieren, wenn er Nightrider nicht macht. Doch, Nightrider mag er. Doch. Und er mag hinten und hast ein cooles T-Shirt. Das geht jetzt mir auch ins Auge. Natürlich der legendäre Ecto-One Ghostbusters. Gibt es ja den Film. Schaust du den Film? Den neuen Film? Ja, ich werde mir den wahrscheinlich angucken. Wobei Ghostbusters Legacy. Genau. Ja, fand ich gut. Mal gucken. Jetzt kommt ja Ghostbusters, wie heißt das? Frozen Empire oder so. Ja, Frozen, ja. Irgendetwas mit Eis. Ja. Eis, Eis, Baby. Also ich sage mal so. Also ich sage mal so. Ich glaube einfach. Ich bin natürlich ein bisschen verstrahlt durch Ghostbuster 1 und Ghostbusters 2. Weil ja die Filme damals schon so besonders waren. Das hat man in der Form auch, was Komödie angeht. Und auch die Tricks sind ja wirklich toll, als dann die Freiheitsstatue da durch die City läuft. Das war schon besonders und ein bisschen einzigartig. Heute das, was man tricktechnisch geboten kriegt, zumindest ist das mein Eindruck, ist eigentlich heute in keinem Film mehr was Besonderes. Also das presst einen Dein gar nicht mehr so in den Sitz, wie das damals zum Beispiel dann bei Star Wars der Fall war. Und das werde ich mir schon noch anschauen im Kino. Aber ich denke mal, dass es mich nicht ganz so abholen wird wie ein Ghostbusters 1 oder ein Ghostbusters 2. Aber ist auch okay. Conor McLeod sagt, ich bin der Schlüsselmeister, wer ist der Torwächter? Ja, ja. Und für Onimopoly gibt es nur die zwei Filme. Es gibt ja auch von Colt für alle Fälle auch ein Film, der kommt. Den hast du nicht auf dem Radar? Ne, deswegen, aber du kriegst gerade mit, ich gucke ein bisschen echt. Dann werde ich doch mal... Ja, mit Ryan Gosling. Stell dir vor, Barbie Girl, Ken gespielt hat. Der spielt den Colt, Sievers. Den Ryan Gosling kenne ich tatsächlich, aber den Film Barbie, muss ich zugeben, habe ich mir noch überhaupt nicht angeguckt. Wobei ich einsam überlegen bin, ob ich mir nicht das Megaset hole. Da gibt es nämlich dann auch Barbie. Aber ich bin noch unentschlossen. Einmal Barbie Girl. Aufpassen, sonst muss ich noch zahlen. Naja, aber was cool ist, eben Colt für Sievers kommt auch in die Kino mit Ryan Gosling. Und da gibt es einen Film dazu, mit dem Auto. Aber eine neuere Version von GMC. Musst du mal schauen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich gucke mir super den Trailer am Anschluss raus. Ich denke immer, diese alten Filme, die kannst du, also Neidreiten zum Beispiel, gibt es ja auch Filme und so weiter. Da kannst du das nicht, das kannst du einfach nicht zurückholen. Das ist früher Kult und die Zeiten haben sich geändert und das ist halt anders. Aber ich bin gespannt. Muss ich mal schauen, ob ich das dann im Kino anschaue, weil ich natürlich auch Colt für Sievers war. Jetzt zu dem Megaconstructs oder Megasens, wo ich jetzt, wenn ich die auf deinem Ganzen sehe, sind die auch so Filmen, Serien nach entsprungen, gewisse, die du hier drauf am Tisch hast? Also Mega hat ja, ich sage mal, verschiedene Klemmbaustein-Themen und Lizenzen, die sie früher bedient haben oder jetzt dann neu bedienen. Also eine topaktuelle Serie bei Mega ist einfach Mega-Pokémon. Das ist hier Gerardos. Und ich mag da besonders die Pokémon-Motion-Serie, das heißt Kurbel an der Seite. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann. Und dann ist halt ordentlich Bewegung drin. Und den kann ich an der Stelle schon was abgewinnen. Ja, es knackt ein bisschen, weil der doch recht schwer ist hier vorne. Aber ganz ehrlich, ich kurbel da mal dran und dann ist es wieder gut. Und ich renne dann eigentlich jede Stunde vorbei und mache drei Umdrehungen. Von daher ist das für mich in Ordnung. Und Pokémon kenne ich noch von meinem Sohn, als der klein war. Der hat dann die Pokémon-Karten gesammelt. Und als dann Mega so mit der Pokémon-Serie um die Ecke kam, da habe ich mir das ein oder andere inzwischen dann doch mal besorgt. Weil die gefallen mir ganz gut. Weil die auch nicht gerade klein sind. Also hier geradeaus ungefähr 1900 Teile gross. Wow. Und auch die Farben sehen gut aus. Weisst du, das sind schwierige Farben von der Farbtreue. Die kriegen Sie gut hin, oder? Also bis jetzt habe ich bei Mega noch keine größeren Farbabweichungen mitbekommen. Wobei eine Besonderheit bei Mega mit Sicherheit diejenigen, die das schon geklemmt haben und auch die älteren Sets kennen, sind ja die marmorierten Steine. Das ist natürlich ein ganz kluger Schachzug. Wenn du so marmorierte Steine hast, dann stellt sich die Frage der Farbunterschiede zum Beispiel nicht. Hier zum Beispiel der Harrier. Marmorierte Steine, da hast du mit Farbunterschieden nicht zu kämpfen. Wichtig ist, finde ich, wenn man mit Mega-Sets unterwegs ist und irgendwann mal vielleicht darüber nachdenkt zu zerlegen und das dann als Mocker die Steine zu nutzen ist, dass die Farben zur Legung überhaupt nicht passen. Also, Grau ist dann doch ein anderes Grau und das Blau ist auch ein anderes Blau. Das muss man sich dann schon vorher überlegen. Aber kann ja auch in dem Moment gerade reizvoll sein, weil man dann natürlich, wenn ich zusammen mit dem dänischen Hersteller halt einen Mock kreiere, dass es dann eben die kleinen Farbunterschiede auch wieder ausmachen können. Was ich cool finde, wenn ich hinten dran sehe, dann sehe ich bei dir so eine Xbox und Hello von Microsoft. Ist jetzt diese Xbox, ist das jetzt zum Gamen oder ist das jetzt aus Klemmbausteinen? Das ist tatsächlich ein Klemmbaustein-Set. Mega hat auch die Halo-Lizenz und ich glaube, seit diesem Monat ist die Xbox 360, das sind 1400 Klemmbausteine, dann auch hier in Deutschland zu bekommen. Ich habe das Set, glaube ich, auf meinem Kanal vor sechs Wochen zeigen können ungefähr. Ich hatte mir das dann in den USA bestellt und was ganz witzig ist, ich hatte das gebaut und das steht jetzt auch nach dem Video weiterhin da hinten. Und einen Tag später oder zwei Tage später kam meine Tochter rein, die wollte da was von mir und guckt die und sagt so, wieso hast du denn die Xbox 360 da hinten hingestellt? Also die hat im ersten Augenblick geglaubt, ich habe die alte Xbox vom Dachboden geholt, statt am Fernseher hinzustellen, hinten auf dem Schrank. Und da sage ich, nein, es ist nicht die Xbox 360, das sind Klemmbausteine, da hat sie gesagt, was? Also die hat das tatsächlich für die Xbox 360 gehalten und das ist schon cool, was Mega da rausgehauen hat und die glänzen auch mit Drucken. Also die printen inzwischen alles. Es gibt keine Aufkleber mehr, ganz, ganz früher, da waren sie dann auch noch mit den ein oder anderen Aufklebern unterwegs, aber inzwischen nur noch Prints und das machen die sehr, sehr gut und blitzsauber auch. Also nix für meine Tochter, weil da wird ja nicht geklebt. Nein, nein, ja, nichts für deine Tochter, aber es ist schon so, wenn man das so ansieht, könnte man meinen, das sei jetzt einfach, ja, da hast du runtergeholt und cool, also musst du aufpassen. Das ist jetzt hier, das ist jetzt hier, ich weiss nicht, ob du es in dem Hellen nicht sehen kannst, der Controller. Ja, doch, man sieht es gut. Ist fast Originalgrösse. Mal gucken, ob man es sehen kann, jetzt das X leuchtet aus, sieht ihr das ein bisschen? Ah, wow. Da sind auch vier Leuchtsteine drin, also schöne Idee. Nein, tatsächlich ist es ein bisschen kleiner, 3 zu 4 Variante, aber es sieht vom Weiten erstmal echt aus. Ja, ja, vom Weiten, also du weisst ja nicht, wie lang, wie groß das, wie weit weg das Ganze ist und es gibt noch ein Game dazu, auch noch. Naja, das ist dann die Hülle, Halo und das, was ihr hier seht, die Vorder- und Rückseite sind Drucker, das sind Prints. Wow. Keine Folie, ist keine Pappe, die da reingeklemmt ist und drinnen steckt dann auch eine bedruckte Halo-Disk. Kann ich auch dann in Xbox 360 tatsächlich einlegen, also man kann die an die Seite öffnen und da an der Seite öffnen und einlegen. Also in die, wo es dazu gab, also in diese kannst du reintun, oder? Ja, ja, ich nehme hier hinten die Deckel ab und dann kann ich die reinklemmen, innen drin ist Cortana dann zu sehen, die leuchtet diejenigen, die Halo kennen, wissen wir ja, wo Cortana ist. Also eine coole Idee, cooles Ding. Ich kann das nur empfehlen, wenn er herankommt. Also natürlich kann man sagen, es ist ja nicht ganz so vom Ganzen im Original, weil im Original war es ja immer eigentlich nicht gedruckt, sondern in Papierform. Du meinst jetzt, wenn du zum Beispiel über die Hülle sprichst oder so. Ja, ja, klar. Aber cool, dass es ist. Und natürlich, Harzbricks hat es genau reingeschrieben, 149,90 und Kloppi 79. Und wer war schuld, dass der Mario sich aus den USA bestellt hat? Das war tatsächlich der Sascha. Also ich darf ja den Vornamen sagen, der Kloppi, äh Sascha, der ist ja bei mir in der WhatsApp-Gruppe. Wir sind die Noppenstein-Freaks, die Administratoren hier von der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbaustein, hast du ja eben am Anfang genannt. Und ich hatte das überhaupt nicht mitgeschnitten, dass es eine Xbox 360 aus Klemmbaustein gibt, noch dazu von Mega. Und dann hatte der ein Foto geschickt in die Gruppe. Hör, ich habe ein Set gekriegt und habe mich natürlich gleich auf die Suche gemacht und auch in den USA bestellt. Bezahlt habe ich 145 Euro ungefähr, ungerechnet. Also sogar etwas günstiger als hier, inklusive Porto und Versand. Also das war die Gesamtsumme. Und Give Me One Bricks, die Hot Wheels-Klemmset von Mega sind top. Schade, dass man nur eine begrenzte Auswahl in Europa bekommt. Ja, das ist, du hast jetzt gesagt, du hast es in Amerika bestellt, aber in Europa. Und auch zum Teil die Preise, also ich habe in der Schweiz schon gesehen, da waren die Preise recht hoch, also manchmal sogar höher als bei Lego, für das, was ich gesehen habe. Ist das etwa preislich mit Lego ähnlich oder sogar teurer als Lego? Wie siehst du das? Also ich glaube, also ich meine, das ist bei Mega genauso wie bei Lego und auch bei Kobi, wenn Sets neu rauskommen, dann sind sie natürlich in aller Regel erst mal zum UVP zu bekommen. Und dann kann dann schnell mal hier der Gerados 140 Euro kosten. Und wenn man am einfachen Moment wartet und Geduld hat, dann fallen auch die Preise. Also hier, der ist im Augenblick, ich habe extra nochmal für heute nachgeguckt, ist im Augenblick bei hier einem großen bekannten Versandhändler für 89 Euro zu bekommen. Ich habe den vor ungefähr ein Jahr gekauft für 116. Das heißt, die Preise fallen schon. Und wenn man mal bei den Mega Hot Wheels guckt, jetzt habe ich gerade keins hier hingestellt, das ist ja sowas zum Beispiel. Hier der Roger Dodger, schöne Steine, so Metallicfarben, schwarz. So einen kriegst du dann, so einen Roger Dodger kriegst du inzwischen für 35 Euro und der hat, glaube ich, knapp 1100 Teile. Also ich glaube, das ist dann inzwischen ein guter Teilepreis. Man muss einfach einen Moment warten und Geduld haben und bei den einen oder anderen Lego-Sets ist es ja ähnlich. Einen kleinen Moment warten und dann fallen auch die Preise. Wenn ich noch sagen darf, wenn es um ältere Sets geht, die End-of-Line sind, aber dann ist es ja wie bei Lego oder vielleicht auch bei Kobi, dann sind die Preise schon ganz andere. Also mein teuerstes Set, wenn man auf die Steinezahl guckt, das ist eigentlich hier dieser, ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, der Fallschirmspringer. Warte, ich halte nochmal kurz rein. Steinklusiv sagt eben, dass es keinen offiziellen Vertriebspartner gibt und darum auch teurer ist. Aber was ich cool finde für das Auto, das rollt sicher sehr gut, das Auto, oder? Funktionieren tut das schon, aber am Ende würde ich mal sagen, so direkt ein Spielset, ja, kann es sein. Aber das ist auch, wenn ihr das von der Grösse gesehen habt, ja eher dann wieder ein bisschen was für Sammler. Das ist vielleicht ähnlich wie bei den Dänen, die UCS-Sets sind ja auch eher weniger zum Spielen gedacht. Aber es gibt auch die einen oder anderen Spielsets bei Mega, die dann durchaus auch den Kids, denke ich, Spass machen können. Das ist die Pro-Bilder-Serie zum Beispiel, hier das Mondrover-Fahrzeug. Also die haben schon einige Produktlinien, aber unterscheiden sich doch dann wieder deutlich von den Dänen, wie ich finde. Conor McCloud möchte gerne dich besuchen und dein Wohnzimmer umgestalten, die Mega-Sets braucht er doch nicht. Er ist ja auch einer von Mega, ein Fan und ich glaube, er hat dir auch mal Sets zur Verfügung gestellt, oder? Ja, nicht normal. Das macht Conor regelmäßig und da bin ich auch echt dankbar für, weil ich dank ihm dann auch mal Sets klemmen kann, die mir so gar nicht untergekommen wären. Und manchmal führt das auch dazu, dass ich da ein Set von ihm geklemmt habe. Der schickt mir das ja immer, manchmal auch original verpackt, ich darf es dann öffnen und die Gebrauchten schickt er mir zu, zerlegt. Ich kann dann bauen und Bauspaß haben und manchmal führt das dazu, ich habe es hier hingepackt, dass er mir ein Set zuschickt und ich dann so begeistert bin. Hier, die einen oder anderen werden es ja gesehen haben. Hier das Watzenschwein, die A10 aus dem Jahr 2004. Das hat mir dann so gefallen, sein Set, dass ich mir das selbst nochmal, das ist original verpackt, besorgt habe. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich das dann für mich und für meine Sammlung bauen kann. Wenn ich aber kein Video brauche, ich habe ja schon eins gemacht. Ja, das ist original verpackt. Ui, 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 sicher teuer gewesen, oder? Von 2004. Tatsächlich habe ich befürchtet, das ist für mehr Geld zu bekommen. Ja. Soll ich sagen, oder was? Kann ich sagen, 70 Euro bei 500 Teilen. Also das war für mich okay. Ich habe dann nochmal nachgefragt, weil jemand in die Kommentare geschrieben hat, der hatte das Set dann tatsächlich 2005 gekauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe nochmal nachgefragt, wie viel er seinerzeit bezahlt hatte. Das waren 40 Euro. Ja, das sind jetzt 30 Euro mehr, aber so 20 Jahre her. Da gibt es die Information, Hashtag Conor ist schuld und das von Conor McCloud direkt. Ja, er ist schuld. Was habe ich, was mir fehlt, ist ein gewisse Burg. Eine gewisse Burg. Oh, das Schloss Grey. Also, Castle Greyskull hole ich jetzt nicht von nebenan, aber die besitze ich auch. Ein paar Figuren-Sets und das ist auch ja die Besonderheit bei Mega, wer Mega-Sets noch nicht in der Hand hatte oder auch Produktbilder gesehen hat. Mega hat die Mega-Action-Figuren und die machen dann schon großen Spaß und sehr detailliert. Und Castle Greyskull hatte ich tatsächlich gekauft im ersten Corona-Monat. Da wurde die damals recht günstig auch beim großen Versandhändler angeboten und da habe ich mir gedacht, komm her, die besorgst du dir mal. Und tatsächlich hat es dann ein Jahr gedauert, bis ich die gebaut hatte. Nicht, weil ich so lange brauchte, sondern ich musste während Corona nicht zu Hause bleiben, sondern weiter auf Arbeit gehen. Und da hat das Set ein bisschen vor sich hingeschlummert und mit dem Set hat es dann auch angefangen, dass ich dann die ein oder anderen Sets dazugekauft habe zum Masters of the Universe. Beziehungsweise dann auch die Figuren, so anfangen wir mal ein bisschen zu sammeln seit einer Weile. Und Conor McCloud sagt, er gibt alles, das ein Ja-Megawix bei Mario gibt. Ich finde das auch interessant, du hast ja auch so eben wie ich so Wochen, wo du gewisse Dinge zeigst und auch das ihr vorhebst. Das ist dir wichtig und das finde ich auch cool. Also da kommt man dann ein bisschen mit, weisst du, das ist dann wieder eine Serie und darum bist du natürlich froh. Conor ist sowieso schuld, BioWolf und hat das gesagt, Conor ist sowieso schuld und natürlich, oh jetzt bin ich zu schnell. Eben, Custard Grayskull ist mega und Keywall 60 ist auch dabei, schaut auch zu. Was ich interessant finde, wenn ich bei dir die Sätze sehe, wegen den Spielfiguren, du hast keine Figur jetzt gleich da vorne, sehe ich jetzt keine direkt, oder? Oder ist eine... Naja, also hier sitzt eine in dem Herrier drin, hier sitzen zwei Figuren drin, hier hinten bei dem Expeditionsfahrzeug, Mars Expeditionsfahrzeug, ist dann auch eine Figur dabei. Also ich habe dann die Sets, wenn die im Regal stehen und ich die Figuren, ich sag mal, festmachen kann, ohne dass sie irgendwie runterfallen können, sind die schon mit dabei. Aber ich habe dann eben auch noch einige Figuren, die nach wie vor dann in der Verpackung schlummern, weil sie eben nicht zu einem Set direkt gehören. Und Fuchs kommt mit Information, Snackbauten gibt es für 172,50 mit Rabatt und so weiter. Geschreibt noch rein, wo du das findest, sehr wahrscheinlich auf Amazon, könnt ihr gleich miteinander aussagen. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen, sorry. Nee, du, alles gut. Also das Spannende ist, weil wir auch über Filme geredet haben, dass bei Mega, ich sag mal, die auch in der Vergangenheit Serien aufgelegt haben, Figurserien, die Filme kennen wir alle. Da haben wir hier zum Beispiel die Figur der Predator, erinnert sich nicht, mit Arnold Schwarzenegger. Und das ist schon cool, was die da raushauen. Also da gibt es nichts. Also für Kinder zum Spielen ist das ja auch cool, weil eben, du hast diese Figuren, aber natürlich auch, spielst du mit den Figuren zwischendurch? Kann man sich denn Marion verstehen, dass er zwischendurch das nimmt und den Hubschrauber nimmt und durch die Wohnung düst und sagt... Nein, nein, das macht er natürlich nicht. Der latscht dann nur in der Gegend rund und glotzt sich das Zeug an. Alles das, was ich hier auf meinem Kanal zeige, das ist auch tatsächlich für meine Regale bestimmt. Und weil du die Megawix angesprochen hast, tatsächlich ist Conor ein bisschen schuld dran. Das hat ja angefangen letztes Jahr im Sommer und ich hatte irgendwie überlegt, hatte ein paar Megasets auch dann hier, aber nicht so viel wie jetzt inzwischen. Und mir überlegt, komm her, machst du mal irgendwie so die Megasommerwochen. Das war so die Überschrift. Ich hatte, ich glaube, zwei, drei Monate vorher die Badwoche mal durchgezogen. Da habe ich in einer Woche sechs Batman-Sets gezeigt, also original verpackt, aufgemacht, gebaut. Die Badcave war dann der Höhepunkt und da habe ich gedacht, ach hier, so irgendwie so eine Week ist ganz gut. Machst du mal eine Megawix. Und das hat ja dann der Conor dankenswerterweise aufgeschnappt, hat mir dann auch mal zwei Sets zugeschickt, dass ich die doch gern bauen kann und darf. Und da fing das eigentlich an, dass ich da nochmal ordentlich geguckt habe, was denn alles von Megablocks, Megakonstruktionen zu kriegen ist. Und auch ein bisschen ältere Sets. Ja, und jetzt bin ich, wenn alles gut geht, diese Woche Sonntag in der Woche 41. Ich habe auch noch ein bisschen was hier. Und ich freue mich einfach, euch das zeigen zu können und das dann in meine Sammlung zu packen. Was gut ist, wenn ich denke wegen der Regale. Man sieht jetzt nur den Esstisch, ein Regal hintendran. Wie gross ist deine Wohnung, damit das alles Platz hast du? Also es ist ja hier oben eine Dachgeschosswohnung und ich sage das ja in meinen Videos immer mal nebenbei, dass ich zwei ehemalige Kinderzimmer zur Verfügung habe. Aber ich habe tatsächlich die Herausforderung, dass der Platz jetzt langsam knapp wird. Und ich jetzt schon langsam ein bisschen überlegen muss, wie ich dann weitere Regale reinkriege, ein bisschen die Fächer kleiner mache. Inzwischen ein Teil eines Kinderzimmers, das war dann so eine Bude. Ich war auch und bin auch mit RC-Cars unterwegs, also so mit ferngesteuerten Autos, Crawler und Basher. Die ein oder anderen, ist das vielleicht ein Begriff, das habe ich inzwischen in den Keller gepackt, weil ich einfach den Platz jetzt brauche, um doch die ein oder anderen Sets unterzubringen. Aber ich muss jetzt wirklich anfangen, mal zu überlegen, ob ich nicht Sets anfange, auch mal wieder zu zerlegen, einzupacken und vielleicht irgendwann mal wieder zu bauen, wenn ich zu viel Langeweile habe. Aber langsam wird es eng, muss ich so gehen. Kiwo 60 sagt einfach noch ein Stockwerk draufbauen, aber egal, kann man so lösen. Und BioWolf fragt, ob ein Mattel-Flagship-Store, weil Mega gehört ja zu Mattel. Und ob es da einen Flagship-Store in Berlin gibt? Also Mega gehört ja seit 2014 zu Mattel, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Die haben ja eine Kooperation angefangen in 2012, eben mit der Mega-Hotwheel-Serie, jetzt Teil von Mattel. Und bisher, zumindest was ich weiss, ist der Store immer noch nicht eröffnet. Ich bin ja letztes Jahr extra hingefahren, um mich auf die Suche nach dem Mega-Store zu begeben. Tatsächlich habe ich in einer Mall auch eine Riesenfront gesehen, Glasscheiben, aber noch foliert. Da stand dann drauf, Mattel, Mega-Store. Bisher hat sich nach meiner Kenntnis da noch nichts getan. Also ich bin mir aber schon zumindest mal mit mir einig. Mit Tanja muss ich das noch klären. Wenn der denn mal eröffnet ist, und man muss aber leider sagen, seit anderthalb Jahren inzwischen nur angekündigt. Wenn der denn mal eröffnet ist, dann werde ich auf jeden Fall nochmal nach Berlin fahren. Weil, das ist ja eben schon mal kurz über den Chat angeklungen, das ist ja recht schwierig, hier an Mega-Sets zu kommen. Es werden nach und nach mehr. Mega ist ja, ich glaube, erst seit 1997 hier auf dem europäischen Markt unterwegs. Und hat sich, ich glaube, auch in Deutschland nicht richtig herangetraut, weil noch, meine ich, gab es ja in 1997 das Lego-Monopol. Und, aber nach und nach werden es mehr. Also ihr werdet es bei mir erfahren, wenn es tatsächlich einen eröffneten Mega-Store gibt. Und dann hoffe ich auf eine grosse Auswahl. Das wäre auch mal etwas für mich, wenn der geöffnet ist, dann nach Berlin zu fliegen. Berlin finde ich ja eine sehr schöne, super Stadt. Gefällt mir sehr gut. War ich schon ein paar Mal. Aber ich muss fliegen. Natürlich kann ich mit dem Nachtzug gehen, aber bis ich von der Schweiz dort oben bin. Aber du fährst mit dem Auto. Wie weit ist es von dir nach Berlin? Wir fahren nach Berlin. Also ungefähr 360 Kilometer. Wobei ich mit dem Zug, wenn dann nach Berlin fahre. Ich war mit Tanja jetzt schon einige Mal in Berlin. Und das erledigen wir eigentlich immer mit dem Zug. Der ConnoMail Cloud ist da nicht so ganz drin. Mattel ist ein Schlamperladen. Da geht gerade einiges schief. Ich weiss nicht. Schreib du rein, was da schief geht und so weiter. Aber was interessant ist, du sagst, also ich habe gesehen Mega. Und du sagst von Mega Constructs. Mega Constructs, gibt es das noch? Oder sagen wir es nicht einfach Mega. Es gibt ja den Mega, ich weiss nicht, für die Kinder. Block oder wie das heisst. Für die Kinder, was ich gelesen habe. Und es gibt Mega drin. Aber ich habe nichts mehr von Mega Constructs gelesen. Oder bin ich da falsch? Also Mega Constructs hat sich ja dann umgetauft irgendwann in Mega. Das, was im Augenblick noch zu bekommen ist, wenn die Überschrift Mega Constructs ist, das sind ein bisschen ältere Sets, aber noch zu guten Preisen zu bekommen. Inzwischen, wenn wir über Masters of the Universe sprechen, dann findet sich ja auch unter anderem, wenn ich es jetzt selbst nicht durcheinander bringe, nur noch das Label Mega wieder. Und Mega hat ja angefangen, du hast es ja eben kurz gesagt, das erinnert dich ja Mega Blocks nur an die großen Steine. Das war ja auch mal der Ursprung mit den Mega Blocks, mit diesem Maxi-Baustein hat das in 85 mal angefangen. Und ich sage mal, hat sich dann entwickelt über das Mega Constructs. Und irgendwann hat sich ja USA, Quatsch, hat sich auch mega entschieden, ja, dann, ich sage mal, auch ein bisschen Richtung Erwachsene zu gehen. Und wir gehen da mal rein. Ich hoffe, es ist jetzt, das ist alles für, ich zitiere jetzt, also von dem her, sollte das gehen mit den Fotos, mit mir aufpassen. Aber hier die Story von Mega Blocks, da sehen wir die Geschichte von 1967, Rittwig hieß sie, 1984, wir gehen da schnell durch, dann 1985 war es für Vorschulkünder, 1988 Bauspielzug Nummer 1, 1991 die richtigen Bausteine, so wie es wir kennen beim Marktführer Lego. Dann 1997 nach Europa, hast du gesagt, 2000 kamen da die Bausteinwagen, dann wurde es 2006 zu Mega, Brands, 2008 mit Microsoft, nein, 2008, 2012. Ja, also 2008 sind sie ja die Kooperation eingegangen, Halo, da hat das ja ihren Anfang genommen. Genau, mit Microsoft und Hello, 2012 Barbie und Hot Wheels, 2014 mit Mattel, 2015 da drinnen, 2020 Pick a Block, und da sehen wir auch die Steine. Und wir gehen mal rein, ich würde mal sagen, wir gehen noch rein auf die Webseite von Mega, und wenn wir Mega Werbung machen, haben die sicher nicht. Dagegen werden wir die Seite anzeigen, wir schauen mal da rein, und du kannst mal sagen, welches Set triggert dich von diesen drei hier oben dran? Alle drei, oder? Hast du schon alle gebaut, oder? Also wenn dann das linke und das rechte, die habe ich tatsächlich beide bei mir in der Sammlung. Also einmal Pikachu und das andere, das Halo Set, ja. Und da sieht man die Hot Wheels Brands, dann gibt es, da denkt man, wenn man das anzieht, ja, da kenne ich das so Art, aber das ist wohl cooler, als mit den Motorrädern darüber zu jumpen. Oder haben die das von, haben die denen, das kopiert von Mega, war Mega früher mit denen, weisst du das? Nee, ich meine nicht, dass Mega damit früher dran war, beziehungsweise das hat ja gezündet mit der Kooperation Mega Hot Wheels. Ich glaube, die denen sind ja schon ein bisschen früher damit dran, aber das schadet ja nichts. Ich glaube, das hat auch für diejenigen, die mit Hot Wheels unterwegs sind, dann einfach großen Wiedererkennungswert. Und ich glaube, das sind schon ganz schöne Sets. Ich selbst habe von den Spielsets noch keins gebaut. Ich kaufe ja in der Regel auch nur das, was ich in meiner Sammlung haben möchte und nicht, um ein Video zu produzieren. Deswegen sieht es nett aus, aber ist jetzt erstmal nichts für mich. Aber mit Sicherheit gibt es da auch großen Spielsport. Die Hot Wheels sind natürlich super, da die Tiger Shorts. Und dann haben wir natürlich Snake Mountain, oder? Die hast du noch nicht? Nee, die habe ich tatsächlich noch nicht. Ich gucke immer mal noch ein bisschen. Ich habe die live gesehen beim Thorsten Stein gemacht, das ist letztes Jahr im Sommerfestival. Da gucke ich mal noch ein bisschen. Ich werde noch mal bei Smith Toys im Ruhrgebiet vorbeischauen, wenn ich bei Tanja bin. Die werde ich mir auch noch zulegen. Entgehen lasse ich mir die nicht. Was ganz spannend ist in dem Zusammenhang, wurde ja eben kurz in den Chat geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ungefähr 79, 170 Euro um den Dreh. Tatsächlich gibt es auch mega in China. Und wenn man mal bei AliExpress vorbeischaut, dann soll hier Snake Mountain bei AliExpress ungefähr 1.500 Euro kosten. 1.500? Ja. Ist tatsächlich so. Schön. Wobei man auf der anderen Seite auch in China recht günstig noch ältere Megakonstruktion, Megablock-Sets bekommen kann. Das ist so widersprüchlich. Die alten sind recht günstig zu bekommen, wenn es um die neuen geht, dann ist es recht teuer. Aber ich nehme mal an, das hat was bei denen dann mit Zoll- und Einfuhrbestimmungen zu tun, dass da die Preise dann bei den neueren Sets durch die Decke gehen. Hast du die Serie früher geliebt? He-Man und so? Also ich habe gern die Zeichentrickserie geschaut. Als die Actionfiguren ja nach Europa gekommen sind, das muss so Mitte der 80er gewesen sein. Das war da eher nichts für mich. Ich war da Teenager mit Jahrgang 67. Da habe ich mich dann weniger für Figürchen interessiert. Ich mochte aber dann die Zeichentrickserie, die im Fernsehen gelaufen ist. Ja, und da war dann, als dann das Set mal so günstig angeboten wurde, wie gesagt, im ersten Corona-Monat hatte ich mir zugelegt. Und da war für mich klar, Mensch, das ist super. Das erinnert mich auch an die alte Zeichentrickserie. Und jetzt fängst du mal an, dir die ein oder anderen Sets dazu wieder zu besorgen. Ja, ich weiss noch, ich war da ein bisschen exot. Weil ich habe das bei vielen meiner Kollegen gesehen, die waren wirklich He-Man-Fan und so weiter. Ich konnte mit dem nie etwas anfangen. Ich weiss nicht, warum. Aber ich finde es trotzdem cool, wie das gemacht ist. Und Herr Söse-Stein, also André, hat ja riesig Freude an diesen Sets. Aber ich bin da, irgendwie ist das bei mir vorbeigegangen. Und ich habe gesagt, nee, mir hat die Serini so gefallen. Ich weiss nicht, warum. Und viele von meinen Kollegen hatten auch die Plastikfiguren die ganze Zeit. Ich hatte keine von denen. Ich war froh, wenn ich eine Batman-Figur oder ich hatte da mehr Lego. Und ja, darum. Aber wir gehen mal weiter. Da sehen wir Pokémon natürlich. Und dann auch Pokémon. Ja, von Pokémon geht es wieder. Und dann natürlich diese, ja, das kennen wir natürlich. Schon cool. Auch die Farben, so in Grün, wie das gehalten ist. Auch die Spielfeatures. Einfach ein schönes Set. Ein grosser Bauspaß. Und diejenigen, die, ich sag mal, die Original-Karte Greyskull besessen haben, die werden, ich sag mal, das sofort wiedererkennen. Man kann das Set aufklappen, so wie das alte Spielset ja auch. Und da ist schon ein grosser Bauspaß drin. Und da war für mich klar, naja, ich werde mir wohl noch ein paar Sets aus dem Motu-Universum besorgen müssen. Also, ich kenne das noch, weil jemand, eben ein Freund von mir, der war so Fan und der hat natürlich alles diese Dinge gehabt. Aber im Plastik, ich finde es ja super, dass es da Steine gibt und hätte auch coole Steine, um etwas anderes zu bauen. Aber das ist immer das Problem, wenn ich so Sets kaufe, ich mag ja lieber, dann denke ich mir, oh, da musst du etwas Neues draus bauen. Darum kaufe ich es mir nicht, weil ich sage mir einfach, ja, das darfst du nicht mehr auseinandernehmen, weil das sieht so cool aus. Aber egal. Da haben wir natürlich Pokémon, Barbie, Barbie kommt hier durch, eigentlich ein bisschen ein Durcheinander, aber ich habe es einfach so eingestellt mit allen Sets, wo man hier hat. Sag nur, wenn du etwas gleich anschauen wirst, Pokémon Toys natürlich, vielleicht läuft, aber hier ist eben diese Microsoft Xbox. Kommen da noch Bilder oder sind das alle? Ah, da kann man vom Innenleben gerade nichts sehen. Ja, ich habe gedacht, das ist schade, schade, weil es sind nur diese Bilder, mehr habe ich nicht. Weil es ist tatsächlich spannend gestaltet, da sieht man innen drin eben nicht nur Cortana, die dann auch beleuchtet wird. Man sieht Kabel, Transistoren, Ähnliches, man sieht Lüfter, die da drin sind. Das ist schon echt schön gestaltet, also da gibt es nichts. Schaut einfach mal bei mir vorbei, guckt euch das Video an, da zeige ich alles. Eben, man muss bei dir vorbeischauen, nicht bei Martell, aber es ist wirklich schade, dass die da das Innenleben nicht haben, weil so sieht das ja, ja, ist einfach die Xbox. Dann gibt es die Collection Series, dann haben wir The Beatles, ah, das ist auch cool. Schau mal, die haben Beatles. Ja, habe ich schon gesehen, natürlich auch mitbekommen, ist mir im Augenblick, da sind wir wieder ein bisschen beim Preis, noch einen kleinen Tucken zu teuer. Ich glaube, eingestiegen ist das Set, zumindestens das, was ich so mitbekommen habe, für um die 120 Euro. Ich weiß nicht, wie viel es da jetzt kosten soll. Inzwischen habe ich es auch mal für 100 gesehen, aber da werde ich noch einen Moment warten. Aber das Beatles-Set werde ich mir noch besorgen. Gar nicht so sehr, weil ich die Beatles mag. Hoffentlich werde ich nicht jetzt schon wieder deabonniert. Aber ich finde das vom Design einfach cool und aus meiner Sicht sind auch die Beatles mit den Mini-Action-Figuren echt gut getroffen. In dem Fall sind es keine Action-Figuren, da sind es eher Hörmusik-Figuren. Ja, wir schauen Sie nach, man sieht sie, kennt sie gleich von dem her, schön gestaltet. Den Ringo kann ich nicht auswählen. Ah, der ist weiter oben, warte mal. Nein, der kann ich nicht, irgendwie geht das nicht rein. Aber was cool ist, da kam von Beowulf, ja, du würdest die Xbox jetzt aufreissen oder das zeigen. Nein, das macht er, glaube ich, nicht, der Mario. Doch, doch können wir machen. Doch können wir machen. Aber wir können doch die Fotos noch schnell durchschauen miteinander. Warte mal, was hat es hier noch? Mega, oh, oi, 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 oi. Die Xenomorph-Queen, die Xenomorph-Queen. Ei, 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 von Alien. Das Set ist ein echter Knaller, steht da hinten im Schrank. Wow, du hast ja alles, du hast ja alle coole Sets. Wenn du mal kurz groß machst. Ich mache dich groß, ich mache dich groß, ich mache jetzt dich groß. So. Xbox-Michael, steht da hinten im Schrank, ich weiß nicht, ob man es ein bisschen erkennen kann. Ja. Und das Set hat der Conner mir geschenkt, das darf ich dir ja sagen, habe ich dann auch im Video erwähnt. Und das Set ist der absolute Hammer. Also so ein tiefes Schwarz, jetzt kann man sagen, ja, Schwarz ist Schwarz, aber wenn ihr mit Kremlbausteinen unterwegs seid, wisst ihr, was ich meine. So ein tiefes Schwarz habe ich bisher noch nicht gesehen. Und das sind Drucke vom Allerfeinsten. Das ist ein absolutes Hammerset. Und wenn ihr da rankommen könnt, zu einem für euch akzeptablen Preis, dann kann ich euch nur empfehlen, besorgt es euch. Jetzt macht er wirklich die Xbox auf, du. Ei, ei, ei. Alles für Beowolf. Das sind dann Elemente, die man abnehmen kann, in Summe drei Stück. Das geht auch sehr, sehr einfach. Ui, schaut mal rein. Das ist ja fast wie im Original. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier erwische. Da haben wir hier drin, könnt ihr das sehen, bisschen. Ah, und das blinkt. Genau. Und dann haben wir hier unten, muss ich mal draufdrücken, Moment. Und dann haben wir unten leuchtet, müsste jetzt Cortana blinken. Da ist eine kleine Figur drin, Cortana müsste ein Begriff sein. Ja, cool. Ein echt schönes Set. Was ich cool finde, ist, ich habe das ja auch von Phantasi, die haben auch so ein PC von früher. Ja. Da siehst du drinnen auch die Details und finde ich super und erzählt auch die Geschichte ein bisschen von dem Computer. Und das so zu haben, der Hammer. Beowolf sagt Wahnsinn und er ist jetzt noch mehr Fan von dir. Das glaube ich. Wir schauen noch mal rein in diese Sättchen. Hier haben wir dann Barbie. Ja, mach mal weiter. Mal gucken, ob das Set... Ja, da, mach mal links. Genau. Darüber denke ich tatsächlich angestrengt nach. Schon? Nee. Ja, wirklich. Das ist ja rosa, rosa, du. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich denke echt angestrengt drüber nach, weil ich finde die Farben schon, also Barbie typisch besonders. Und ich kann mir vorstellen, dass das Set sich in meiner Sammlung ganz gut macht, weil es halt dann so furchtbar auffällt. Und ich überlege dann schon, wenn ich es mir kaufen sollte, ob ich es dann nicht gemeinsam mit meiner Tochterklemme, die wird da bestimmt auch große Freude dran haben. Aber ich überlege noch, es ist im Augenblick, ich denke schon, und es ist im Augenblick für um die 78 Euro zu bekommen. Bei, ich glaube, knapp 1800 Teilen, ich bin jetzt unsicher. Also ein nicht schlechter Preis. Und Klapp-Baustein-Forever, Holger's Big Space, Benebi Bausteinwelt und alle, die mich da unterstützen, super, macht ihr das. Aber was ich cool finde von diesem Barbie-Girl-Ding hier, das rosa, das würde auch gut passen für Mox. Also wenn ich das sehe, denke ich gleich, weisst du, meine somatirane Stadt so richtig so, würde das cool, aber es wäre ein farblicher Hingucker. Ja, von dem her... Ja, denk mal nach, vielleicht das erste Set für dich. Ja, ich glaube, ich baue das dann. Deine Tochter denkt dann, ja, die Männer, die spinnen ja, immer da rosa. Ich habe mir gesagt, ich ziehe nie ein rosa Hemd an. Mit den grauen Haaren würde es noch gut stehen, aber nee, will ich nicht anziehen, aber sieht natürlich schon noch cool aus. Aber eben, nein, irgendwie halt, aber sonst, Franz bin ich ja Fan, ich baue gerne Franz. Ich habe ja da ganz am Anfang geschrieben, wo ihr geschrieben habt, was für ein nächstes Set haben wir, Franz-Set, und ich war natürlich glücklich, dass ihr dann das nächste ein Franz-Set gebaut habt, ja. Ja, das stimmt. Wir hatten dann zwei Franz-Sets gebaut. Sie war da auch ganz begeistert, würde auch gerne mal wieder Franz bauen. Mega Hot Wheels, Aston Martin, Full Calm, der ist auch cool. Seht mal. Hab ich hier drüben im Karton, muss ich noch bauen. Und da gibt es auch in klein noch. Also ihr hält das in normal und dann hält in den kleinen. Also was Mega immer wieder dabei hat, Mega Hot Wheels, wenn du das Bild nochmal ein bisschen nach links schiebst. Da oben hast du es drin. Ja, genau. Also da oben ist es ja jetzt drin. Im Sichtfenster, das ist eben das Hot Wheels Diecast-Fahrzeug dazu. Das ist dann immer wieder mal mit dabei und das gefällt mir auch ganz gut. Wobei ich die Hot Wheels, die Diecast-Fahrzeuge da nicht mit hinstelle. Die habe ich, die bleiben bei mir dann im Originalkarton. Aber ich finde, das ist schon eine coole Idee und da sind auch ein paar schöne Diecast-Fahrzeuge drin. Ich sage mal, die Hot Wheels Diecast-Sammler, die werden da auch ihre Freude dran haben. An beiden, denke ich. An der Klemmbaustein-Variante und dass das Fahrzeug noch mit dabei ist. Was natürlich immer geht, hast du da jetzt in der Mitte, kannst du mal machen. Fenton. Halo. Halo. Ja. Das müsste Pelikan sein, wenn ich das von Weitem richtig sehe. Und Halo geht natürlich immer. Jetzt muss ich zugeben, ich habe selbst Halo nie gezockt. Habe ich auch in meinen Videos immer wieder erwähnt. Ich weiß schon, worum es um Halo geht. Und die Farbe, gerade hier von der Pelikan, gibt auch einige andere Sätze in der Farbe. Das ist einfach grandios. Aber auch da muss man ein bisschen gucken, was den Preis angeht. Das ist ja auch schon ein bisschen älter. Aber das kann ich auch nur empfehlen, wenn man Interesse für Halo hat. Irgendwas ordentliches zum Bauen. Und dann was grosses für das Auge. Die Pelikan steht. Ich weiss nicht, ob man es sehen kann. Ich bin ja an die Seite gerückt hier hinten. Warte, ich mache die schnell gross. Ja, kann man nicht so gut sehen, aber es steht hier. Cool. Was ich einfach, was ich cool finde, ich habe das Game das erste Mal gespielt. Das gebe ich offen zu, aber dann nicht mehr die nachfolgenden. Aber das erste hatte ich, war früher natürlich auch, wie viele von uns, habe ich viele Games gemacht. Aber angefangen habe ich mit Larry Läufer. Auf der Island. Tatsächlich habe ich angefangen, C64, Ianas ist das, wer sich noch erinnern kann. Der hat gute alte Promodore. Ich hatte den ersten PC im Dorf, PC XT mit 27 Kibla-Bite-Ram, 20 Megabyte-Festplatte, einem EGA-Monitor und einem Nadeldrucker für über 3000. Ich hatte 2000 Schweizer Franken gesammelt über die Jahre, damit ich das mir leisten konnte. Ich hatte da aber 1500 zu wenig und habe dann noch ein bisschen Geld erhalten von einem Patenonkel und so weiter. Und dann konnte ich das reinstellen. Ich war dann aber ein bisschen enttäuscht, weil ich die anderen gesehen habe, was sie mit Amiga und so weiter gemacht haben. Und da hieß es, ja, da kannst du gut zocken. Aber das Einzige war Falcon XT und dann so ein Spiel mit Eishockey, wo du spielen konntest. Aber nee, das waren noch Zeiten. Aber ich habe dann immer wieder neue PCs gekauft und gezockt. Eigentlich habe ich ihm gesagt, ja, ich brauche das für die Schule und so weiter. Ja, ja, genau. Das habe ich meinen Eltern auch versucht zu erzählen und dann hatte ich ein C64. Wobei, du bist ja ein bisschen jünger wie ich, hast ja eine moderne Ausstattung, zumindest für meine damaligen Verhältnisse schon gehabt. C64 mit Datasette, wem das noch ein Begriff ist. Oh, Datakassette, oh je je. Ja, aber der Amiga kam dort auch auf und eben die PCs. Und nebenan gab es natürlich auch Macintosh und so weiter. Jetzt bin ich ja wieder bei Apple oder bin ich bei Apple. Aber ja, früher ein Game nach dem anderen. Lieblingsgame von mir war so alles Richtung SimCity. Da habe ich viel gezockt. Also das SimCity, das erste, das letzte war ja nicht mehr cool. Oder dann Total War, vor dem ich mit Livestream oder Videos wieder angefangen habe. Da habe ich voll haben weisse Strategiespiele. Ich muss dann immer etwas überlegen und gewisse Strategien ausfinden und dann am Schluss suchen und ausbauen. Ja, aber wir gehen wieder zurück. Wir sehen hier Mega Hot Wheels 17, der Pelican. Dann haben wir Pokémon, das ist auch ein cooles Hot Wheels Auto. Wir sind gespannt, welcher dann gewinnt bei Harz Bricks. Der hat ja die Hot Wheels Challenge. Und da gibt es verschiedene Fahrzeuge. Ich habe dann extra eins in Schwarz und Gold genommen. Bin ich gespannt. Machst du dort auch mit bei Harz Bricks? Bei Harz Bricks muss ich tatsächlich mal vorbeischauen. Er ist ja auch im Chat. Ich weiß gar nicht, bei welchem Set hat er sich denn gemeldet. Hatte ich den Kanal gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja dann immer so. Also inzwischen ist ja die Glemmbaustein-Community, auch was die Kanäle angeht, unendlich groß. Das ist ja gut. Das ist ja eine Bereicherung. Das sorgt für Vielfalt und Meinung. Da muss ich tatsächlich noch mal vorbeischauen. Aber für mich mal ein bisschen Stichwort. Wenn jemand hier aus dem Chat vielleicht mal ältere Sets haben möchte. Achtung, ich will jetzt nichts verkaufen. Hier zum Beispiel von Megablocks Terminator, der T1000. Am 27.04. findet das Anklemmen beim Hajo statt in Ronnenberg. Klemmbaustein-Welt.de. Und die Klemmbaustein-Buddies, der Andi, liebe Grüße, und der Wiki von Wikis Klemmbaustein-Welten. Wir drei sind ja die Klemmbaustein-Buddies und wir schieben dann ja beim Anklemmen wieder eine Spendenaktion an. Ähnlich wie im letzten Jahr. Und da werden unter anderem die beiden Sets und noch drei andere Figuren-Sets original verpackt. Dann da auf unserem Spendentisch liegen. Da steht dann Sparschwein. Ja, da geht man hin, sucht sich aus, was da so liegt. Es gibt auch einige ganz besondere Gadgets von uns, die es nur beim Anklemmen geben wird. Und zumindestens kann man dann sich das Set hier nehmen. Und wenn man dann meint, einem ist es x Euro wert, wie viel auch immer, schmeisst man das ins Sparschwein und nimmt es einfach mit. Ja, und Conor McCloud kommt noch rein. Die Figuren sind super, dass man Stop-Motion macht, weil die sind super beweglich. Finde ich auch cool. Ich gehe nochmal zurück auf die Seite. Wir schauen das noch an. Also grösser natürlich hier. Da ist auch so, da ist der Wurm drin. Aber da die Pokémon-Mini, das wird sicher lustig sein. Da kannst du mal bleiben in der Mitte. Eins runter. Ah, eins unten. Ich dachte, du wirst diese anschauen, weisst du. Da geht es rauf und runter. Also, ja, es sieht dann ein bisschen komisch aus, wenn die da so Köpfe haben, die da rauf und runter gehen. Nein, wir sind noch nicht 10 Uhr. Zu spät. Also, grösser eins unten. Mega. Ja, Godzilla. Also, da bin ich jetzt am Schauen. Also, da habe ich wirklich Interesse dran. Jetzt habe ich zwar schon zwei Godzilla-Sets. Einmal Mechagodzilla und dann Godzilla, beide von Panloss. Oder Panloss, ich spreche es bestimmt wieder falsch aus. Ja. Aber das würde mich nochmal interessieren. Da habe ich mich schon ein bisschen umgeschaut im Augenblick. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, kann ich es erstmal leider nur über Ebay in den USA, Kanada bekommen. Und da ist es mir im Augenblick noch einen Moment zu teuer. Schaust du einen neuen Godzilla-Film? Ja, der ist ja schon in den Kinos. Den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und nebendran ist ja, wenn du mal links neben Godzilla machst. Oh, schnell. Ja, da ist ja auch King Kong. Da ist ja dann auch King Kong. Also, ich werde mir den Film noch anschauen und dann immer wieder ausschauen, nach den beiden Sets halten. Und werde ich mir besorgen. Ja, Godzilla und King Kong, das ist natürlich auch so etwas. Pokémon haben wir hier. Wir haben da The Witcher. Auch das gibt es mit Häuschen dazu. Auch ein cooles Set. Ja, da kann ich euch empfehlen. Schaut euch einfach ein bisschen um im Netz. Inzwischen für, ich glaube, um die 80 Euro zu bekommen. Ich selbst habe The Witcher nie geschaut. Deswegen habe ich auch erstmal an dem Set kein grösseres Interesse. Weil ich kaufe ja für meine Sammlung nur das, was mich dann auch tatsächlich interessiert, weil es irgendein alter Film ist oder ein altes Fahrzeug. Es gibt ja den sehr schönen Audi 90 von Mega Hot Wheels. Das ist mit einer der schönsten Hot Wheels Sets von Mega, wie ich finde. Hello, Flut geht. Hello geht immer. Und da auch der Hot Wheels, der hat zwei, es gibt sogar einen Zug, einen kleinen Zug. Ja, habe ich schon gesagt. Gibt es Züge? Nein, bis jetzt nicht. Aber das sind diese Sets, die es jetzt momentan gibt. Und es gibt eben auch noch Mega Blocks. Ich gehe da mal weg da auf Mega Blocks. Und das sind dann diese grösseren Blöcke, die kommen mir auch bekannt vor. Die habe ich auch schon gesehen. Ja, damit hat es ja bei Mega, hat es ja dann angefangen mit dem, zu sehen, kurz vorgelesen, das war in 1985 mit dem Maxi-Baustein. Damit ging es praktisch los. Und ja, sind dann mit so einem Aufbaubeutel, das ist das, was du da zeigst. Das sah damals ein bisschen anders aus. Bis heute Bauspielzeug Nummer eins in den USA zum Beispiel. Und da gibt es auch noch ein Schwert. Das müsstest du heute noch holen, dieses Schwert. Das habe ich. Das hast du? Das steht. Ah ja, du hast das, glaube ich, gezeigt einmal. Genau. Ja, ja, das habe ich gebaut. Das ist ja bekannt vor. Und das hat tatsächlich, jetzt weiss ich es nicht genau, es war eine Zeichenrichtung, ich würde aber mal sagen, Originalgröße, das Ding kann man schon gut in der Hand halten. Und wenn man immer gern davon redet, dass man mit Kobi-Schiffen Einbrecher erschlagen kann, das funktioniert mit dem Schwert mit Sicherheit auch gut. Also, ich habe jetzt Kobi letzte Zeit ein paar Dinge auch noch gebaut. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich habe kein Schiff gebaut oder so weiter. Ich war da nicht. Ich habe gedacht, das ist eine riesen Kremkraft und da kannst du, aber nee. Aber vielleicht die falschen Sets oder ich erhalte falsche Dinge. Lemo Brick schafft auch zu. Danke. Was hast du denn von Kobi gebaut, wenn ich fragen darf? Ja, der Top Gun. Den F14A. Ja, weil ich ja Maverick-Fan bin. Ja, ich kann auch die Sonnenbrille anziehen. Ich habe es ja nebendran, weisst du. Alle sagen, mit der sehe ich dann wie Tom Cruise. Tatsächlich. So, die Flieger. Ich bin geblendet, weisst du von dir. Weil du so strahlst mit den blonden Haaren, weisst du. Die Haare sind nur fake. Es sind schon Haare, aber eigentlich ein bisschen dunkler. Ja, die Leute haben schon das letzte Mal gesagt, ich soll die Brille immer anziehen, weil ich dann besser aussehe. Ich weiss nicht. Ich meine, so, weisst du. Das ist, das sieht man natürlich schon. Maverick-Fan hier im Chat. Ja, Maverick bin ich natürlich auch Fan und das bin ich Fan. Und viele, also bei dir ja auch Filme. Das sind einfach unsere Jugend. Traust du der Jugendzeit manchmal ein bisschen nach oder bist du froh, dass du jetzt in einem gesetzeren Alter bist, wo du aufstehst und alles wehtut oder so? Wenn man sich bei Letzteren anfängt, muss ich zugeben, ich stehe auf und mir tut tatsächlich fast nichts weh. Dir tut fast nichts weh? Ei, du Lieber. Von daher jammer ich auch gar nicht so sehr nach. Also, keine Ahnung. Ich würde sagen, jedes Alter hat doch irgendwo ein bisschen seinen Reiz. Du redest jetzt über die Jugend, das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch bei meinem Arbeitgeber. Ich darf jetzt so nachdenken, ob ich nicht in Alterszeitzeit gehe. Und dann noch ein bisschen früher aus dem Arbeitsleben ausscheide, bevor ich dann offiziell in Rente gehe. Kann ich ja hier sagen, ohne in die Details zu gehen. Also, wenn ich unterschreibe, habe ich noch 26 Monate zu arbeiten. Wow. 26 Monate. Ja, dann bin ich mit knapp 59 zu Hause. Mit 59. Und ich werde dieses Jahr sagenhafte, junge, 50 Jahre alt. Ah, das sieht mir aber wohl nicht an. Ja, bei dir auch nicht. Wir sind jung geblieben. Weisst du, wir klemmen und halten uns jung. Ne, ich fühle mich, außer mit dem Rücken, aber das Problem hat mich immer ein bisschen, fühle ich mich sehr gut. Also, die Spannung ist immer hier oben dran. Eieiei, ich gehe dann thailändische Massage, also nicht Happy End, nein. Aber weisst du, wo da reingedrückt wird, mit den Füßen drauf gestanden wird und so weiter. Das lockert dann auf. Dann fühle ich mich dann wie ein Jungspun. Kennst du den Witz mit dem 40-Jährigen, der dann Sport macht und überall fragt, wie alt er geschätzt wird? Kennst du den? Nee. Ja gut, ich bin kein guter Witzeerzähler, ist aber lustig. Ich versuche mal. Da wird jemand 40 Jahre alt und denkt sich, verdammt, jetzt bin ich alt. Was mache ich denn jetzt? Geht in die Fitnessbude, macht Krafttraining, geht aufs Solarium. Ja, und dann irgendwann geht er einkaufen und an der Kasse sagt er dann, entschuldigen Sie, ich will Sie gar nicht bei der Arbeit stören. Aber wie alt schätzen Sie mich? Und dann sagt die Verkäufer, na, so 34 Jahre. Ich bin 40. Dann sagt die, oh, das sieht man Ihnen überhaupt nicht an. Und er, ganz stolz wie Bolle, geht ins McDonalds, steht da und sagt, ich will Sie gar nicht stören. Wie alt würden Sie mich schätzen? Da sagt die Mitarbeiterin, da war so 33. Ich bin 40. Donnerwetter, Sie haben sich wirklich gut gehalten. Und er freut sich, als wenn er das Puzzle fertig gekriegt hat, setzt sich im Bus, ist unterwegs und neben ihm sitzt so eine ältere Dame. Und da sagt er, ich will Sie gar nicht stören. Für wie alt schätzen Sie mich? Und da sagt die, ach, junger Mann, ich kann nicht mehr so gut sehen. Wenn wir früher wissen wollten, wie alt jemand ist, haben wir in die Hose gefasst und dann wussten wir es. Das hat funktioniert. Ja, ja, das hat funktioniert. Würden Sie das bei mir mal probieren? Ja, ja, sicher. Dann macht er so die Jacke drüber und auf und sie fasst in die Hose. Und dann sagt sie, junger Mann, Sie sind 40 Jahre alt. Und das haben sie gemerkt? Nee, ich habe ja bei der Donner ist hinter Ihnen gestanden. Ja, also eben von dem her, was haben wir da? 59, wenn es finanziell machbar ist, zuschlagen. Ja, würde ich auch. Also, weisst du, ich bin jemand, der arbeitet sehr gerne und habe auch Spass im Beruf. Wenn wir, aber jemand würde sagen, ja, dein Gehalt oder ein bisschen weniger und du könntest in die Rente gehen, dann und du würdest dann Videos und Krempe aufsteigen. Du würdest mich dann auf das konzentrieren, aber vielleicht wäre es dann auch kein Hobby mehr und dann wäre es auch wieder ein bisschen anstrengender. Aber einfach das zu machen, was man gerne total macht, das wäre cool. Aber eigentlich liebe ich es auch, meine Arbeit. Es ist immer brutal, wenn man arbeitet und denkt, ei, aufstehen, was muss ich jetzt noch tun und so weiter. Zurzeit ist es gut. Wir wissen sich, wie es weitergeht. Bei uns auch ein bisschen die Frage, wie es weitergeht. Aber ich bin da gutes Muten, irgendetwas werde ich gut finden und ich bin ja nicht in einem Bereich, wo du da viel, du hast Fachkräftemangel bei uns. Also, von dem her habe ich da nicht so Probleme. Aber da haben die Leute geschrieben, 59 Fachkräftemangel und sagt man immer, dann kannst du schon in Rente gehen. Aber wenn es für dich stimmig wäre, würde ich zuschlagen. Naja, ich muss halt gucken, was dann für ein Jahrzehler rüberkommt, weil ich mag ja noch ein paar Megasets kaufen. Ja, eben. Das ist auch bei mir so. Ja. Und weil du das eben gesagt hast, also ich würde doch nie auf die Idee kommen, wenn ich denn zu Hause bin, dann, ich sage mal, meine YouTube-Aktivitäten zu verstärken. Die einen oder anderen im Chat wissen das ja auch. Das ist mein Hobby. Ich monetarisiere ja nicht. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn jemand monetarisiert oder dann auch sich die einen oder anderen Sets sponsern lässt. Das ist völlig in Ordnung. Das ist aber an der Stelle für mich nichts, weil ich es einfach sammle und mir bringt das nichts, wenn ich von einem Hersteller ein Set gesponsert bekomme. Nur um des Klemmens willen am Ende. Wenn sich mega melden würde, könnte man vielleicht nochmal einen Moment drüber nachdenken. Also ich finde, ich finde von Vonwoll und Pantazik erhalte ich Sets, aber ich kann auch sagen, dieser Set gefällt mir nicht mittlerweile und dann halte ich es nicht. Und das finde ich super, weil ich sonst müsste es kaufen und ich finde die Sets gut und darum will ich es beginnen. Ich habe auch jemanden, ein Namensvetter, der mich jetzt ein bisschen unterstützt, auch noch im Kanal, weil ich mir eine Wohnung geleistet habe. Und in der Schweiz ist das wirklich nicht günstig, eine Wohnung zu leisten. Und die muss ich ein bisschen jetzt abbezahlen, habe ich noch einen Bastelraum und da hast du noch andere Rechnungen von Ganzen und darum bin ich da schon froh um Unterstützung. Aber ich sage immer, ich halte meine freie Schnauze und das ist dann, habe schon gewisse Sets oder gewisse, die mir Dinge angeboten haben, erhalte ich nichts mehr, weil ich dann gesagt habe, Nein, entweder ich werde es zerreissen im Video oder mache kein Video, das ist mein Angebot dann, wenn ich nicht einverstanden bin. Aber ich mache nicht ein Video und sage dann, das ist gut. Aber es gibt natürlich auch käufliche Leute, völlig bei dir. Ach du, Herr, ich unterstelle niemanden, der ein Set oder gesponsert bekommt, dann am Ende nicht objektiv zu sein. Ich finde das völlig in Ordnung, das ist auch nichts Ehrrühriges und am Ende sorgt es ja dafür auch, ich sage mal, dass es noch mehr Meinung gibt zu Sets und Herstellern. Also man kann sich dann verschiedene Videos zu dem Funball-Set anschauen und ich glaube, dann hat man ein gutes, grosses Meinungsbild und hat für sich eine gute Hilfe, eine Kaufentscheidung zu treffen oder eben auch nicht. Also ich sage immer, weisst du, unsere Meinung ist immer subjektiv und kann gar nicht objektiv sein, weil das ist, was wir darüber haben. Ich kann das eigentlich gar nicht hören, dass man sagt, objektiv. Nein, es ist keine Meinung objektiv. Es ist immer die Meinung, der das hat. Und wenn du gewisse lieben diese, gewisse sind auf dieses Heikel, da gibt es schon ein Klebeschen und dann sind sie an der Decke, an der lieben Klebeschen und sagen, ja, super, das brauche ich wie deine Tochter. Also von dem her wissen wir nicht. Aber ich gehe mal rein. Ihr könnt da natürlich mitmachen und könnt hier ein paar Dinge reinschreiben. Wie mega findet ihr Mario? Das kam von gestern schon. He-Man ohne Potschnitt, Master of the Mega, Prinz Klempner. Jetzt könnt ihr reinschreiben, einfach scannen und es gibt dann nachher das Quiz, das wir natürlich miteinander anmachen. Und Pauls Klempner-Steiner ist, auch habe er es nicht geschafft, muss ich dann nachschauen. Ja, du kannst jetzt ja dabei sein. Und es gibt ganz viele Leute, es sind ja fast 50 Leute dabei, die uns zwei zuschauen. Das finde ich ja auch sehr schön. Ich hoffe, euch passt es. Und wenn ihr jetzt da mitmachen möchtet, ein bisschen Feedback geben könnt, dann einfach scannen und reinschreiben und die Teilnehmer tippen. Weil wir machen es ja interaktiv. Ihr seid wichtig, nicht wir zwei nur. Weil ein Stream ohne euch ist ja nichts. Darum machen wir das ja, Mario. Für die Unterhaltung, für einen guten Abend für uns, aber auch für euch. Oh, warum Prinz? Warum sagen die alle Prinz zu dir? Ich weiss es nicht. Prinz Karneval sagt Tanja manchmal. Prinz Karneval? Gehst du gerne Karneval? Was bist du? Gehst du gerne Karneval? Also wir waren jetzt wieder bei einer Karnevalsveranstaltung. Meine Tochter, in dem ein oder anderen Video haben wir das, glaube ich, auch mal erwähnt, beziehungsweise gezeigt ist ja Garde Mädchen und waren ja wieder auf einer Karnevalsveranstaltung. Ich war als Captain America unterwegs und Tanja als Wonder Woman. Wonder Woman. Ja, du hättest doch Spider-Man mehr gehen müssen, weisst du, im Ganzkörperanzug. Ich hatte schon einen ordentlichen Captain America-Anzug. Spider-Man, ich sage jetzt mal so, dafür bin ich dann doch ein bisschen zu alt. So drahtig sehe ich dann nicht mehr aus. Ja, aber das Hulk wäre auch nicht richtig, aber egal. Zu viele Dinge im Kopf hast du. Herrlich Gaga. Ja. Dann Megatyp, sympathisch. He-Man on the Potschnitt, haben wir schon gelesen. Die Teilnehmer tippen, ich bin gespannt, was ihr nachher reinschreibt. Äh, was habt ihr da? Prinz Mario. Alle sagen Prinz. Also. Prinz, Prinz. Vielen Dank. Ja, jetzt musst du dann den Namen ändern. Stopp. Vom, äh. Brickklempel zum Prinz. Der Klemprinz. Der Klemprinz. Müpfig, AK-Grossartig. Der ist doch maximal 30. Ja. Dankeschön. Ich habe gerade versucht, das mit dem QR-Code hinzukriegen. Klappt bei mir nicht. Nicht schlimm. Nicht? Er sieht jung aus, sagen die Leute. Also tatsächlich war das, tatsächlich war das, habe ich mich früher geärgert. Die einen oder anderen werden das vielleicht auch kennen, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs war, dann so, ich sage mal, bis Mitte 20. Gelegentlich kam das vor, dass ich mal ein Perso zeigen musste. Und das hat mich immer sehr geärgert. Jetzt hat sich das ein bisschen umgekehrt und deswegen bin ich doch ganz zufrieden. Ja, und das ist doch einfach cool. Mega Tipp. Müpfig, äh, und so weiter. Was gefällt dir am besten, was du jetzt hier siehst? Ah, jetzt muss ich die Brille anziehen. Tatsächlich sehe ich gar nicht viel. Das muss ich jetzt doch machen, ey. Ja, wir wollen die Brille sehen. So. Ach, tatsächlich kriege ich das immer noch nicht. Den Ball, ihr müsst wissen, ich habe den Schlepptop. Chuck Norris. Chuck Norris, sagen sie. Das stimmt. Also, ich hatte den Spitznamen früher mal Chuck Norris. Ich habe das Bild auch mal gezeigt in einem meiner Videos. Das haben aber vielleicht nicht alle gesehen. Ich weiss gar nicht, ob das jetzt hier funktionieren kann. Wir probieren es einfach. Ich suche das Bild mal kurz aus. Oh, jetzt siehst du ganz, äh, also ganz mit dem Professor. Aber nicht Professor Brinkmann. Ne. So. Ach, ich langweile, wenn ich jetzt das Bild suche. Ich hoffe, das kann auch sein. Paul Klemmballsteiner sagt auch, dass du mega seist und ein dazugekommener Freund. Schau mal. Das ist doch schön. Ja, der Paul, der hat mich ja damals inspiriert, einen eigenen Kanal zu starten. Den habe ich immer zugeguckt, dem Paul. Unter anderem Brickdog habe ich gern zugeschaut. Und dann habe ich gedacht, ey, ist doch cool. Warum willst du der Welt nicht zeigen, was ich so baue und klemme? Und wer Bock hat, zuzuschauen, schaut dann halt einfach zu. Ja, du bist ja auch ein Talent, weisst du. Du bist ja ein Talent. Du kannst ja das sehr gut. Aber mich hast du noch nicht gekannt. Hei, 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 Paul, siehst du, was du für eine Spitzentruppe hast. Es gab ja auch einen Stream vor kurzem, da habe ich ihm gesagt, den Steinmeister kenne ich nicht. Also, mich kennen noch nicht alle Leute. Und vielleicht sind Leute wegen dir das erste Mal auf meinem Kanal und denken, was ist das für ein Schweizer? Was ist das für ein Direkt? Ja, ich komme aus der Schweiz. Ach, ich hätte es euch gezeigt, mein Telefon spinnt. Ja, du kommst nicht. Stübert mal in meinen Videos, da habe ich das Bild dann mal eingeblendet. Jack Norris, das stimmt wohl. Blond habe ich auch noch gesehen. Ich gehe noch mal rein. Blond habe ich gesehen. Ich sammle das Gegenteil. Brille, gleich gebildet. Nein, so oft wie ich mich verquatsche. Nein. Zack, 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 zack. Deine Video machst du, glaube ich, alles in einem Durchwisch und du löscht auch nichts. Nein, also das sind immer, also natürlich habe ich Videoabschnitte, sage ich mal. Wenn ich dann auf meinen Klemmbaustein Esszimmertisch gehe und immer mal ein bisschen was zeige, ist das aneinander geschnitten. Aber das sind immer die Stücke, so wie sie dann gewesen sind. Und da wird dann auch nichts verändert. Das ist dann so. Papa, 91 Alex sagt, ab und zu redet der liebe Mari etwas zu schnell, aber sonst Megatyp. Ich kann dem gut folgen und ich bin Schweizer, aber egal. Was ich dich noch frage, gegen das Ende drinnen, bevor wir in das Quiz gehen. Welches Megaset gefällt dir am besten? Welches ist dein Lieblings Megaset? Also eigentlich sind das zwei. Das ist tatsächlich die Alien Queen da hinten. Und ich mag noch sehr, ich reite noch mal ein bisschen in die Kamera, hier den Harrier. Er war nicht einfach zu bekommen. Ich glaube, ich kann das hier sagen. Es ist in der Kooperation mit Connor gelungen. Wir haben uns da gemeinsam dann beteiligt. Das gab es in zweifacher Ausführung. Und das ist wirklich ein schönes Set. Und sehr stabil. Das sieht aus Verkrieg auseinander. Ne, das geht schon. Jetzt darf man es nicht so hart abstellen, wegen dem Fahrwerkrund. Aber man kann das schon nehmen. Das funktioniert schon. Also da wird es gleich irgendwas her. Und es ist schön metallisch gemacht. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Jetzt sieht man es vielleicht nochmal auch so mit der Marmorierung. Und das klappt schon. Das ist cool. Mein vielleicht spinnerstes Set, will ich doch nochmal zeigen, das ist das hier. Das ist ein Fallschirmspringer. Und das ist tatsächlich in meiner Überhaupt-Sammlung, egal ob ich da noch Lego mit dazu nehme oder Funwoll und was ich noch habe. Das ist aber mein teuerstes Set, wenn man auf den Preis pro Stein schaut. Es war nicht mehr so einfach zu bekommen. Pro Stein 85 Cent. Was ist obendran? Sind das einzelne Steine? Das sind keine Steine, das ist ein Kunststoff. Ah, Kunststoff. Ja. Da habe ich 50 Teile 40 Euro für bezahlt. Die Frage war, ob das Kanonengrau sei von Kivo 60, der Kivo 60, ja, ich weiss es nicht, wie man es sagt. Bei dem Herrier? Ja. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, wie mega die Farbe schimpft. Keine Ahnung. Und Stein auf Stein auf Ziel, muss man natürlich reintun, Spender Auktion ist für das Kinderhop-Sitz. Hop-Spitz, Renne, der Brick-Bur ist der Antreiber. Ja, und der macht ja auch coole Sets. Also, dein Lieblings-Setz hier drauf. Nebendran hast du auch noch einen Helikopter, der finde ich auch spitzemäßig. Ja, dann aus der Call of Duty. Und wo ist das? Call of Duty. Ja. Da hat ja Mega auch einiges rausgebracht. Und was bei den älteren Sets, bei den Mega-Blocks, Mega-Konstrukt-Sets ganz spannend ist, da findet sich auf dem Karton unten links meistens, findet sich so ein Koordinatensystem. Und diejenigen, die Call of Duty auf den Multiplayer-Plattformen gerne zocken, wenn man zu diesen Koordinaten geht, kann man tatsächlich in dem Fall dann den Hubschrauber dort sehen. Im Game. Ganz spannend. Ja, wir sind schon jetzt 21.42 Uhr und ich werde dann das Quiz noch machen. Und ich bin natürlich froh, dass du heute eingestiegen bist nochmal und nochmal dabei warst, weil gestern das Ganze mit dem Live-Stream ja nicht funktioniert hat. Und wir haben miteinander abgemacht, weil du eben morgen auch wieder früh und alles weg machst, dass wir am 21.45 Uhr aufhören. Und ich würde einfach am Schluss das Quiz noch mit euch durchspielen. Aber mir hat es sehr Spass gemacht, Mario, dass du heute Abend live dabei warst mit mir und den Abend verbracht hast und hoffe, es hat dir auch Spass gemacht. Ja klar, vielen Dank, dass du mir nochmal eine Chance gegeben hast, nachdem das gestern nicht geklappt hat. Und dass so viele Leute im Chat dabei waren. Und auch vielen Dank eben, was für Begriffe, Worte euch einfallen, wenn ihr an den Mario denkt. Sehr, sehr schön. Und ich freue mich einfach, dass ihr da seid, dass wir so eine große Klemmerstein-Familie sind. Und ich meine, dass die allermeisten von uns ja vernünftig unterwegs sind. Es gibt dann immer ein bisschen auch jemand, wenn die Sachen über uns in Nordhessen, jemand rucklingend in der Familie, mit dem man dann auch irgendwie zurechtkommen muss. Aber im Großen und Ganzen, das, was ich wahrnehme, ist immer noch eine große, fairer Familie. Und danke, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, wenn wir wieder voneinander lesen. Und Thomas, wir beide uns vielleicht irgendwann mal wiedersehen. Ja, und ihr hoffentlich auch mal live. Genau, also ich hoffe wirklich mit euch allen, dass wir wirklich mal uns sehen. Also ihr drei Verrückte und so weiter, mit mir ein vierter Verrückter. Ich sehe mich immer als so verlängerter Arm von euch, halt aus der Schweiz. Wir haben uns nie, noch nie gesehen. Vielleicht mal in Berlin, wenn das geöffnet ist oder sonst. Ich finde dich ein wirklich super Typ. Ich finde, einen lieben Gruß an deine Freundin, deine Tochter, deinen Sohn. Ihr macht das grossartig. Ihr seid für mich immer eine Bereicherung. Und ich finde, bei dir kann man einfach gut abschalten. Man kann am Schluss wirklich sagen, ihr versüsst den Tag. Ich hatte schon einen schlechten Tag. Habe dann ein Video von euch geschaut. Vor allem mit dir und deiner Tochter. Und ich habe so gelacht. Und der Tag war gerettet. Also ich finde das super. Ihr macht das sympathisch. Überaus. Und da könnte ich mir etwas abschneiden. Aber jeder isst so, wie er isst und bringt das mit. Das ist auch gut so. Wenn alle so wären wie ich, dann würde ich ja verrückt werden. Gut, ich habe auch nicht alle Tassen im Schrank. Aber das ist normal. Also ich habe viele Tassen hinter dran erhalten. Aber ja, damit würde ich zum Quiz gehen und dir einen guten Abend noch wünschen. Deine Grüße noch. Bleibt noch beim Quiz und viel Spass und lieben Gruß. Danke vielmals. Wir werden uns sicher wieder hören und schreiben. Und natürlich werde ich in deinen Videos meine Kommentare hinterlegen. Ich finde euch super. Dank dir und merci haben wir es heute noch hingekriegt. Und jetzt kommt es zum Quiz. Da könnt ihr schauen, wer gewinnt. Wünscht dir alles Gute. Steinermeister, Gruß von dir. Aber bleibt noch dran. Es geht weiter. Damit gehen wir zum Quiz rüber. Und da könnt ihr mitmachen. Und mal auch reingehen. Wer dabei sein will. Und ihr könnt gewinnen. Heute wieder am Schluss euch zu präsentieren, wenn ihr das möchtet. Der gewinnt. Hält eine Ansprache zugute. Müsst ihr aber nicht. Wenn ihr nicht wollt, könnt ihr dann reinschreiben. Aber ihr habt die Möglichkeiten, wie ich im Fernsehen zu zeigen. Das sind schon vier Spieler. Und wir schauen. Es sind schon sieben Spieler. Das geht ab. Die Post geht ab. Und wir schauen. Wer kennt sich am besten über Mega aus? Es sind zehn Spieler. Ei, 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 ei. Ja, ein Quiz kommt. Für alle, die wollen. Und wir fangen so in einer Minute an. Und ich bin gespannt. Wer kennt sich über Mega am besten aus? Ja, wer wird das? Zehn Spieler. Wir warten noch zehn Sekunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Schon vorbei. Wir starten das Quiz. Immer auf das Handy schauen und nicht mehr zuhören. Weil wer am schnellsten klickt, erhält am meisten Punkte. Ihr könnt jederzeit auch mitmachen, wenn ihr es noch nicht geschafft habt. Wir starten nun das Quiz. Und wir sind gespannt, wer gewinnt. Und los geht das Quiz. Frage 1 von 14. Wann wurde der kanadische Spielzeughersteller Ritwick Holdings gegründet? Bald geht's los. 1957, 1967 oder 1977? Ich habe geantwortet und richtig ist 1967. Ja, sechs richtig, sechs falsch. Wir gehen zum nächsten und schauen weiter. Leaderboard. Vorne ist der Drei-Sterne-Typ. Leno Briggs, Martina, Martins-Klempa, Steiner, Conor. Wir gehen weiter. Frage 2 von 14. Wann wurde die Megabrands-Spielzeughersteller Ritwick Holdings in der USA und Kanada eingeführt? 1984, 1985 oder 1986? Wer wird... Das Quiz kapiere ich nicht. Du musst einfach auswählen, was richtig ist. All haben geantwortet. 1984. Fünf haben richtig. Und wir sehen, oi, 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 da gehen's ab. Das sind zwei vorne, die drei Punkten mit Martina. Wir gehen weiter. Frage 3 von 14. Wann wurde der Maxi-Baustein eingeführt? Wer schneller kriegt, umso mehr Punkte erzielt. 1984, 1985 oder 1986? Ein paar Sekunden und wir schauen. Wenn alle Aus angegeben haben, alle haben geantwortet. Super. Es war 1984. Eine richtig, die anderen falsch. Und wir gehen rein und schauen rein. Niemand richtig. Gonzo hat einen Punkt geholt. Gonzo kommt von hinten, ja, und kommt vorwärts. Wir gehen weiter. Frage 4 von 14. Wann wird Megabrands-Spielzeug das erste Mal in 30 Länder vertrieben? Wann wurde das vertrieben? 1990, 1995 oder 2000? Bin gespannt, was ihr da reingibt. Und ein paar Sekunden. Drückt auf dreien und drei, zwei, eins, schon vorbei. Und die Zeit ist um. Ja, 1990. Drei haben's richtig gemacht und wir schauen, wer da vorne ist. Martina führt und hat Punkt gemacht. Martins Klemmbaustein und Sascha Kloppi auch. Und wir gehen weiter. Frage 5 von 14. Wann gibt es die ersten Standard-Klemmbaustein-Sets? Wann kamen die raus? War das 1990, 1991 oder 1992? Ja. Mal schauen. Wer geht da ab? Alle haben geantwortet. Super. Und es war 1991. 91, wir haben richtig gewählt. Wir schauen rein. Martina und Martin gehen da ab. Ai, 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 ai. Gehen wir weiter. Er schreit. Frage 6 von 14. Wann geht die Firma an die Börse und wird zu Megablocks? Ist das 2000, 2001 oder 2002? Wann gingen die an die Börse? Ein paar Sekunden. Strengt euch an. Alle haben geantwortet. Und es ist 2002 gewesen. Viel richtig. Wir schauen, wer hat das ausgewählt. Ja, Kivo ist nach vorne gekommen. Zweiter Platz. Hey, cool. Wir gehen weiter. Frage 7 von 14. Wann erhält die Firma den Megabrands? Inz. Inz. War das 2002, 2004 oder 2006? Ein paar Sekunden. Alle haben geantwortet. Es war 2006. Zwei haben es richtig gemacht. Wir schauen, wer hat das richtig gewählt. Oh, jetzt von hinten kommt es wieder. Ja, und wir gehen weiter. Frage 8 von 14. Wann gab es eine Partnerschaft mit Microsoft? Hello kam da raus. Hello again. Hello again. 2006, 2007 und 2008. Hello again. Ich sage immer Hello again. Nein, das war natürlich Hubbell und Copper Drop. Aber egal. Alle haben geantwortet. Und es war 2008. Fünf haben es richtig ausgewählt. Und wir schauen rein. Und wir schauen rein. Uh, Martina. Kivo vorne und unten hat sich auch etwas getan. Ja, es wird spannend. Bleibt spannend. Wir gehen weiter. Frage 9 von 14. Noch fünf Fragen. Dann wären wir, wer jetzt heute der Mega-Gewinner ist. Was kam 2012 nicht neu auf dem Markt? War das Barbie, war das Hot Wheels oder war das Pokémon? In der Barbie Girl. Nein, ich muss aufpassen. Sonst denken die noch. Der macht Werbung für Barbie. Ja, Barbie, Hot Wheels oder Pokémon. Alle haben geantwortet. Ja, es war Pokémon. 22. Nicht neu auf dem Markt. Barbie und Hot Wheels kam 2012 neu auf dem Markt. Frage 10 von 14. Was gab es 2012 für nicht neu? War das, oh, Barbie, war das Hot Wheels oder Thomas und Friends? Barb ist Barbie. Sorry. Das ist mein Fehler. Barbie. Jetzt sitzt das schon spät. Das habt ihr vielleicht schon dringend. So, alle haben geantwortet. Ja, Thomas und Friends. Einer hat Barb ausgewählt. War Barbie gemeint? Aber nein, nicht neu gab es eben Thomas und Friends. Uiuiui. Das geht ab. Die Post, wir gehen weiter. Frage 11 von 14. Wann kam es zu Mattel? Mattel war schnell. 2012, 2013 oder 2014? Ziemlich gespannt. Was habt ihr richtig ausgewählt? Oh, 2014 ist richtig. Und sieben sind da dabei. Und wir schauen rein. 90 Punkte, Kiwo vorne, immer noch. Und es geht weiter. 12 von 14. Was gibt es bei Mega nicht? Masse of the Universe, Hello oder Astro Boy? Was gibt es bei Mega nicht? Ja, vielleicht seid ihr reingefallen. Wir schauen mal, wer hat es richtig ausgewählt. Es geht noch 5 Sekunden. 1, 4, 3, 2, 1. Schon vorbei. Zeit ist um. Ja, Astro Boy. Alle richtig. Ja, cool. Und wir kommen zur Frage. Kiwo hat da dreimal richtig. Beeindruckende Serie. Noch 2. Und dann sehen wir, wer gewonnen hat. Was gibt es von Barbie nicht? Welches Set gibt es nicht? Geht es nicht? Mega Barbie, The Movie, Rapid Cow, Dream House, Building Kit, Mega Barbie, Colorable, Dream House oder Mega Barbie, Dream Tent, Adventure, Building Kit, Blei Set. Mal gespannt. Alle haben geantwortet. Ja, dieses Tent gibt es nicht. Ja, das Zelt gibt es nicht. Ja, kennt halt ein Zelt. Nein, hat er nicht. Egal. Und wir schauen rein. Oh ja. Wir sehen schon, es kann, glaube ich, nur ein Sieger geben. Aber wir schauen mal, Kiwo, viermal richtig. Die Frage 14 von 14. Was gibt es bei Mega? Mega, Microsoft, Xbox 360, Replica, Building Toy Kit. Mega, PC, X, Replica, Building Toy Kit. Oder Mega, Microsoft, Xbox One, Replica, Building Toy Kit. Gibt es die One, die 360 oder das PC, XT? Alle haben geantwortet. Ja, drei richtig. Das hat ja auch Mario gezeigt. Die Xbox 360. Und wir kommen zum Sieger. Kiwo. Längste Serie. Und so wie es Ihnen an Kiwo hat gewonnen. 3, 833 Punkte. Wir machen Handclap. Handclap. Gratulation, 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 Gratulation. Wir machen Konfetti. Und natürlich... Geron, Kiwo hat gewonnen. Der war ein Dolby. Super. Kiwo, danke vielmals. Glückwunsch. Und jetzt Kiwo. Jetzt eine Frage an dich. Kannst du einen Chat reinschreiben. Ich kann dich anrufen, wenn du willst. Wenn ich dich anrufen würde und du abnimmst, dann musst du aber einfach reinsprechen. Nicht auf mich hören. Einfach sagen, eine Siegerrede. Du hast die Möglichkeit, jetzt live dabei zu sein und zu sagen, was du von diesem Gewinn hältst, wie du mehr findest, was du vom Abendmahlten hast und du kannst auch Werbung machen in deiner Sache. Also, Kiwo, schreib schnell ein, ob ich dich anrufen soll. Ob es funktioniert, werden wir sehen. Es ist immer eine technische Herausforderung. Aber du musst einfach gleich reden. Kiwo und ich habe nur geredet, Martinas Brickfeld. Ja. Holger Brickspace, Platz 6 hat er erreicht. Und Colin McLeod sagt auch Glückwünsche. Ja. Fax, vierter ist auch. Hanging Stork, da hatte ich keine, eh keine Chance. Ja. Ja, Walter Lego hat gestern schon gewonnen. Cool. Colin McLeod, Brickspace und Kiwo, schreibt dir, schreibt mal rein. Ah, nein. Nein, danke, aber für das Angebot habe einfach auch Spass mitgemacht. Ja, super. Danke dir vielmals, dass du dabei warst und hier auch dich eingegeben hast. Und ich mache mich wieder gross. Ja, und was wäre so ein Abend nicht, ohne dass wir noch erhalten von euch, aus eurer Mitte zu erhalten, wie war der Livestream? Wie hat es uns gefallen? War er cool? Er war natürlich gestern angesagt, da hätten wir mehr Zeit gehabt, aber heute war es doch cool. Ein cooles Stream, mir hat es sehr gut gefallen. Aber ich bin gespannt, wie das gnadenlose Urteil wird fallen. Hier ist der Rächer mit dem Becher. Der Mann, der am Schluss sagt, ob das Ganze cool war. Hier ist der One and Only, der einzigartige, wunderbare Herr von Söselstein ist live dabei. Ein wunderschönen Abend und Prösterchen. Hallo in die Runde. Und hallo Thomas. Ja, schade, dass Mario jetzt nicht mehr da ist. Das mit dem Prinz will ich gleich mal auflösen, falls er noch da ist und es noch hört. Prinz kommt von Prinz Adam, weil das ist ja He-Man, also bevor er sich quasi, ne, von wegen mit Schwert, ich bin, ich habe die Kraft und so. Da ist er ja, Prinz Adam. So, das mal zur Erklärung. Deswegen haben alle Prinz gesagt. Und ja, der Stream, das, was ich mitgekriegt habe, das war ja leider nur bis jetzt ab neun, weil ich vorher noch eine Fortbildung hatte. Aber der Rest war wirklich toll. Huch, wer kommt denn da? Da kommt ja so eine Frau Langenstein. Ja. Aber es war wirklich, der Rest war ein toller Abend. Also wirklich, ihr habt schöne Sachen präsentiert. Omega ist einfach eine coole Firma. Macht wirklich Spaß. Also, da sind jetzt noch so ein paar Sets in der Pipeline, die ich auch noch haben möchte. Und ja, also ich bin da auch gespannt, weil Mega macht eine prima Qualität. Konnte nicht schief gehen an dem Stream heute, wenn ihr nur tolle Sachen zeigt. Und Mario ist natürlich auch ein super sympathischer Kerl. Du, Thomas ja sowieso auch. Und der Chat war auch wie immer der Beste. Ja, und Frau Langenstein haben wir auch gesehen und die hat dir auch viele Dinge auch geschenkt. Also von dem her, also die ist natürlich auch ein bisschen da rein, dass du da nicht die Mecca gekommen bist. Also Kester Greiskal oder auch, oder hat sie auch gesagt, also hat sie, glaube ich, dir geschenkt, glaube ich, oder? Ja, hat sie mir geschenkt. Und zwar war das, war das Nikolaus oder zu Weihnachten? Das war auf jeden Fall in Hameln, hast du es mir gekauft. Ja, die Verrückte. Ja, da warst du ja völlig begeistert und gesagt, hey, ich habe es erhalten. Und dann hast du es gebaut, da warst du noch mehr begeistert. Und dann hast du noch weitere Sätze. Seitdem bist du eigentlich, gut, du bist Master of the Universe aufgewachsen. Ich weiss nicht, Frau Langenstein, ob sie auch gerne das geschaut hat. Ich war ja nicht so ein Fan, habe ich ja gesagt. Also ein Prösschen, aber in der Runde. Heute wieder mal ein Wisken. Prinz Adam, also Prinz Adam, ja. Du musst ein Megaset cremen und Review machen. Ich habe schon gesucht. Ich habe es im Brickshaus gesehen. Aber die Sätze waren einfach für mich, für die Größe her, viel zu teuer. Da habe ich gesagt, nee, ich warte da. Ja, aber das Barbie-Haus irgendwie, das ist doch perfekt für dich. Ja, das wäre, also die Farbe, die würde stimmen, weißt du, ja. Also ich finde, ich kann da auch cool machen, weisst du, heute. Ja, dann tut es auch nicht so in den Augen wie das Rosa. Da hast du vollkommen recht. Weisst du, sonst bin ich geblendet von diesem Rosa. Wenn ich es dann baue, muss ich es mit der Brille anziehen die ganze Zeit. Das ist eine Barbie-Schutzbrille. Genau, die Barbie-Schutzbrille, das ist die Ken-Brille. Nein, das ist Maverick, aber egal, kann man auch für den Barbie-Ken. Ja, egal. Hast du den Film Barbie-Girl gesehen? Barbie, Barbie, Girl. Nein, ich habe mich bis jetzt noch geweigert. Walter Lego sagt Anja, einen lieben Gruß von hinten dran. Gruß geht man nicht von woher. Genau. Hallo. Und schön bist du live dabei. Also keine Zierde, kein Problem. Da stehst du einfach rein und denkst plötzlich, ei, ei, ei. Er hat ja einen schönen Raum jetzt, wo er streamen kann. Und der wird noch schöner. Dauert zwar noch ein bisschen, aber er wird noch schöner. Ja, er kann eigentlich nicht schöner werden, wenn man es bei euch beide sieht. Dann ist der Raum schon genügend schön. Jetzt ist er perfekt. Moment. Ja, genau. So. Eben Mario, gestern hatten wir eben den Live-Stream vor. Und das hat gestern nicht geklappt, aber nicht wegen mir, sondern wegen Stream-Art. Das erste Mal, wo wir die Technik in den Stich gelachsen haben. Es war aber nicht am Rechner, nicht an mir, sondern übergreifend hatten die ein Problem. Und trotzdem war heute ein schöner Stream. Und das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt André und Frau Leine Stein, wie läuft es bei euch weiter? Was geht jetzt ab bei euch? Also jetzt nicht privat, sondern auf euren Kanälen oder Kanal beim lieben André? Ja, also ich habe natürlich noch so ein paar Sachen in der Pipeline. Jetzt, ja, das Treffen, wo Mario dann auch ist. Also hier dieses Anklemmen. Da bin ich auf jeden Fall auch. Ich auch. Genau. Genau. Wir sind da. Wir sind live dabei. Und, ja, und dann hatte ich ja jetzt letztens diese tolle alte Feuerwehr bekommen von einer lieben Freundin. Genau, steht jetzt da hinten. Und der Motorrad-Shop. Und, ähm, kann man sehen? Ja. Ja, ist ein bisschen weiter weg, aber man sieht schon. Ja, das ist mal näher. Das ist die, ah, die Spaß ist. Habe nicht fallen lassen, nicht fallen lassen. Ich habe die Kartons hertransportiert, das reicht. Aber die Feuerwehr aus dem Jahr, was war das, 81 oder 84, eins von beiden. Und der Motorrad-Shop ist dann auch 81 oder 84. Ich verwechsel das jetzt gerade. Guck doch mal auf die Mappe, das hat ja doch irgendwo da drauf geschrieben. Da hier drauf. Ich glaube, da steht es drauf. Man kann es nicht so gut lesen, aber... Okay. Überall. Okay. Luxus. Okay, aber, ähm, hallo Thomaser Haus. Kommt es ein bisschen spät. Aber ich habe noch so ein paar andere alte Sets. Das heisst, ich werde mir vielleicht sogar noch so eine kleine Retro-Stadt hier... Ne, nicht Retro. Vintage ist es ja. Das ist ja Vintage, weil es ja wirklich alt ist. Stimmt, da habe ich noch so ein paar andere Sets irgendwie. Ich glaube, da mache ich mir so eine Vintage City. So nenne ich das Ding. Vintage City. Vintage City ist ja gut. Ja. Du freust dich sicher nächste Woche. Nächste Woche wird jemand kommen. Hast du vielleicht gesehen? Ja, es gibt dann eine, ein Monat, mehr als ein Monat Pause. Am 5. Juni wird es, glaube ich, am 5. Juni, ja, 5. Juni wird es einen Geburtstags-Live-Stream. Werde ich dann noch posten. Bist du dann natürlich gerne eingeladen, 5. Juni. 7. Juni werden wir uns einen grossen Geburtstag, Anja, zusammen feiern. Auf jeden Fall. Also nicht wir beide, aber... Hier spielen wir auf jeden Fall und wer dann sonst noch dazu kommt. Ja, genau. Und dann wird die nächste Live-Stream eben erst im Juni, weil ich werde euch jetzt in nächster Zeit dann meinen Bastelraum zeigen mit der Stadt. Und während dieser Zeit mache ich einen Umzug des heutigen Bastelraums, das ich noch nicht gezeigt habe, das ich euch jetzt zeigen werde. Ins Neue ist kompliziert und darum bin ich einen Monat damit beschäftigt, das Ganze von einem Raum in den anderen Raum zu übertragen und wieder aufzubauen. Das wird, also, wird sie wahrscheinlich dann aufgenommen mit, ähm, werdet ihr sehen, wie lange ich da hatte, um den ganzen... Aber ich habe schon Angst, das Ganze zu machen. Aber ich habe genügend Videos vorbereitet. Es gibt zwei Videos pro Woche, die ich euch vorstelle und meine Stadt, also dem her gibt es hier, aber keine Live-Stream. André, du wirst im Mai, wirst du halt ein bisschen selber Live-Stream machen müssen, ja. Ja, mal gucken. Das wird dann vielleicht auch die Zeit sein, wo sich ja hier ein bisschen was tut. Ja, dann hast du ja Zeit zu einräumen und wir werden es am 15.16. dann sehen. Aber es gibt nächste Woche natürlich noch der krönende Abschluss vom, äh, von diesem halben Jahr. Im Sommer wird es dann auch weniger Live-Stream geben, weil im Sommer ist es mir so heiß, da habe ich es nicht gerne, wenn da die Dinge sind, da muss ich dann die Sonnenbrille draussen anziehen, auf dem Balkon und ein bisschen, äh, rausschauen und, äh, und dann habe ich noch ein Hütchen obendran. Lässt sich fleissig eincremen und so, ich weiss auch von wem, und mit Obstgüttern, ja, 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 genau. Ein kleiner Genieser. Genau, ich bin ein Genieser, ja. Im Sommer, da werde ich, äh, und im Sommer gibt es keine Live-Stream, aber dann wieder im, äh, früher aus vorher September oder Oktober, dann wird's im August, oder, irgendwann werde ich dann, und dann komme ich auf dies, euch zu. Wenn ihr da Interessen habt, von eurer Seite her, mal live zu dabei zu sein, meldet euch einfach, ich weiss nicht, und wir können über alle Themen reden. Es war heute wieder ein super Live-Stream mit allen, die heute dabei waren. Im Chat, der Chat war grossartig, ich hatte Lust, äh, und, ähm, hab mir den Tag versüsst. Es war, ja, sonnig heute, und mit einem sonnigen Gruß an euch alle, danke vielmals für eure Treue, für eure Unterstützung, und, ähm, das hilft ein bisschen, weil ich habe in letzter Zeit ein bisschen Videos korrigiert. Ich habe alle Szenen rausgeschnitten, die irgendwie ein Problem sein könnten, was ich da miterhalten habe. Seid da vorsichtig, aber wir lassen uns den Spass nicht nehmen, aber, eben, ich werde keine Fotos oder Filme mehr verwenden, die ich irgendwo sehe, wo ich nicht sicher bin, dass die nicht geschützt sind. Jetzt muss ich aufpassen, ob geschützte Steine muss raus, aber egal. Anderes Thema, ich hatte heute Spass. Mit euch auch? Anja, dir auch gefallen? Also, was ich mitgekriegt habe, war auf jeden Fall klasse. Definitiv. Ich habe ein bisschen soziale Kontaktschläge betrieben, das muss man ja auch von Zeit zu Zeit mal machen. Und nebenbei muss ich mich leider Gottes auch noch mit Unterrichtsvorbereitung für morgen befassen. Und das ist, das ist immer doof, wenn man… Sie war bei meinem Nachbarn, der mir hier den Raum zur Verfügung stellt. Ja, das war. Aber eben, du hast trotzdem das Ganze. Thomas sagt, Thomas, leider war ich zu spät da. Kein Problem, du kannst den Stream nachschauen. Also, alle, die den Stream jetzt nachgeschaut haben, danke vielmals, dass ihr nachgeschaut habt. Und ihr könnt auch Kommentare reinschreiben, ihr könnt einen Daumen nach oben machen, weil das ist cool, aber es war heute wirklich super Gast und ihr alle waren sehr zauber, sehr super und trotzdem Tagverschiebung. Donnerstagabend ist nicht der beste, ich weiss, da gibt es auch andere, die streamen. Ich streame sonst am Mittwoch. Sorry für alle, die am Donnerstag da wenige Zuschauer wegen mir erhalten haben. Aber ich fand es wirklich ein klasse Abend und es wird aber nächste Woche am Mittwoch sein. Außer StreamYard hätte das dagegen, aber ich glaube, das wird nicht passieren. In diesem Sinne mit dem Steinermeister-Kruß. André, kannst du den schon? Ja, Anja kann es da, aber du kannst immer noch nicht. Alles Gute. Ich will es auch gar nicht gönnen. Egal. Ist ja auch cool, die Rockbühne. Kiddy Kraft, sei Dank und so weiter. Die sind ja auch klasse, die beiden Figuren. Kiddy Kraft, müssen wir eine Figur von Herrn Söse-Stein geben, dann wird er seine Haare mal aufmachen und rocken. Aber egal, ich bin noch nicht so weit. Nur wenn es sie lange Haare gibt. Thorsten, wenn du mich hörst, mach das. Tschüss zusammen, danke. Ich bin Winky Winky, tschüss, tschüss und tschüss. Untertitelung. BR 2018